Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und ich freue mich ganz besonders heute über mir Oliver mal wieder begrüßen zu dürfen. Hallo! Hallo! Und hallo auch an den Chat. Ich wollte es gerade sagen. Und natürlich auch alle, die schon im Chat sind. Jetzt muss ich sogar einmal mal hochscrollen. Dann Sherevo, Wodini, Snoopsman, TheGroo, Tobi, Snofu, Pato, Madral und Phil. Hallo und guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr habt Lust, mit uns beiden zusammen durch eine Playtime zu blättern. Ich benutze ja immer gerne die Gelegenheiten, wenn jemand da ist, der nicht so wie Alexander und ich sehr Homecomputer fokussiert ist, mal eine Zeitung zu nehmen, die Multisystem ist. Und ich mag auch ein bisschen die Playtime. Nicht Playboy, Playtime. Ja. Hast du? Hallo, schönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht es wieder besser. Der Titel stimmt noch nicht. Habe ich den Titel nicht geändert? Ah, da gab es eben Probleme mit. Stimmt, der Titel stimmt nicht. Das ist interessant, weil irgendwie Twitch hatte eben Probleme. Ja, hat er nicht genommen. Moment. Äh, Blätterabend. Äh, ab 2030 die Playtime. Was war das? 5,93. 5,93. So. Jetzt sollte es passen. Dann machen wir wieder, äh, Wissenschaft und Technik, glaube ich, passt da ganz gut rein. Man lernt ja was. Alexander ist krank. Aber ich glaube, wir kriegen es auch so hin, so Grosch, oder? Äh, okay. Jetzt schon. Genau. Das hätten wir. Ähm, wir haben einen neuen Moderator. Daumen, seid nett zu Woudini. Also, äh, Team Hastur und Woudini, beide, nicht nur bei XCOM, sehr aktiv im Kampf gegen Außerirdische, auch im Chat sehr aktiv im Kampf gegen Bots. Ähm, ja, Oliver, du hattest ja vermutlich einen aufregenden Tag, oder? Das kann man wohl sagen. Wir hatten gestern Release. Wir hatten Release von unserem 4-Jahres-Projekt Eye of the Beholder auf dem Commodore 64. Genau, die Website war eob64.de oder so. Wie war das? EOTB. EOTB64.com. EOTB64.com. Paste ich das mal in den Chat für jeden, der es selbst gerne ausprobieren möchte. Wer mehr über das Projekt wissen will, bei uns, äh, gibt's ja momentan das Interview mit euch und, äh, auch ein Replay von Alexander. Also, da gibt's reichlich zu gucken, wer sich über das ganze Projekt mehr informieren möchte. Werde ich ausrichten, Schirr. Kann ich nur empfehlen. Ich auch. Ich auch. Ähm, die Frage, die sich den meisten, ja, hier wahrscheinlich gestellt hat, ist, äh, habt ihr eine Brille? Ich hätte gerne eine Box geplant. Ich hätte gerne eine Box davon. Ja, wobei das, ähm, im Moment, also es ist im Moment so ein bisschen, ähm, wiggelig tatsächlich. Also, weil, was wir auf jeden Fall machen werden, wir, ähm, haben einen Kickstarter in Vorbereitung, nur der ist unabhängig vom Spiel. Weil wir haben keine Lizenz dafür. Mhm. Und, ähm, der Kickstarter wird darum gehen, dass man ein Cartridge halt, ähm, hat und, ähm, eine Box mit Fanart, ähm, und dass man halt, äh, quasi das, die Cartridge ist halt kompatibel zum Spiel, dass man das halt entsprechend zusammen bestücken kann und sich dann was, äh, in den Schrank stellen kann. Mhm. Wobei ich sagte, wiggelig, ähm, weil nämlich, ähm, lustigerweise war einer der ersten Kommentatoren gestern auf YouTube, ähm, der ehemalige Chef von Wizards of the Coast. Und, ähm, 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 der hatte so was erwähnt, dass der Chef von Wizard of the Coast, ähm, das Spiel wohl gesehen hat. Und wohl sehr angetan und, äh, deswegen versuchen wir doch nochmal zu bohren und, äh, aber schauen wir mal. Also, ich mach mir jetzt nicht wirklich große Hoffnung, aber es wäre, es wäre zu schön, wenn da jemand mal Ja sagt, weil dann würde das, viele Sachen, ähm, vereinfachen. Absolut richtig, ja. Ich meine, ihr seid ja so ein bisschen in so einer Grauzone, äh, ja, rechtlich gesehen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Aber ich meine, viele Fanprojekte sind ja neben euch sozusagen. Also, ja. Ja, was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist halt, weil wir tatsächlich uns an den Hersteller gebannt haben. Das passiert normalerweise nicht. Das, ähm, nur auf der anderen Seite haben wir so das Gefühl, dass wir nicht in diese Falle geraten, hier was, was ja viele bei Nintendo haben, dieses hier so, ähm, man muss dagegen vornehmen, weil das könnte ja jeder machen und man hat das ja nicht zur Kenntnis genommen oder sonst irgendwie und blablabla und sowieso. Das, ähm, deswegen glaube ich, dass es die ganze Nummer ein bisschen entspannter als bei anderen Sachen, aber es wäre halt sehr schön, wenn man das offizielle OK hat, weil dann kann man mehr machen. Ja, richtig, richtig. Und ich meine, gibt einem dann ja auch nochmal so ein bisschen so ein Schulterklopfen, ne, wenn von offizieller Seite gesagt wird, ja, das finden wir auch gut, also, ja. Das haben wir aber schon gekriegt. Also, nur halt jetzt leider nicht so offiziell, dass der Mensch uns das persönlich gesagt hat. Richtig. Das, äh, aber es ist so tatsächlich, dass wir auch Reaktionen bekommen haben von ehemaligen Westwood-Leuten. Mhm. Tatsächlich, ähm, unter anderem auch einer der Grafiker. Mhm. Der sehr wortkarg war, aber zumindest hier meine, ähm, Korrekturen nach seiner Grafik. Das war so ein bisschen, ich hab so gedacht, so von wegen nach krieg ich einen drüber. Ähm, weil ich nämlich hier seine Grafiken, seine Originale teilweise verändert habe, aber die hat er geliked. Das fand ich gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, falls ihr so ein paar Ruckler im Video habt, ich hab wieder Framedrops. Weiß ich nicht, vielleicht wird's wieder Zeit für ein Vodafone-Call. Weiß ich nicht, muss ausprobieren. Äh, sollte jetzt aber wieder ein bisschen besser sein. Ähm, ich freu mich auf jedenfalls, dass ihr so einen großen Erfolg habt. Ich freu mich natürlich auch für all diejenigen, die jetzt vielleicht dazu kommen, Eye of the Beholder zu spielen, die es vorher nicht kannten oder dessen, deren System das vielleicht gar nicht war. Und die kommen jetzt in den tollen Genuss, Eye of the Beholder noch einmal, ja, jungfräulich spielen zu können. Und, äh, viel Spaß damit. Das genießt es. Es ist wirklich ein wunderbares Spiel. Und die C64-Version ist vermutlich die beste Version. Also, da fangt er gleich mit der richtig guten Version an. Man muss natürlich was für die Grafik überhaben, ne? Das ist so ein bisschen der einzige Punkt. Aber ansonsten, ja. Ja. Aber, ja. Ja, das stimmt. Aber ihr macht es einem einfach, die Grafik zu mögen, finde ich. Also, da gibt's viel schlimmere Spiele. Bevor wir jetzt in die Playtime gehen, haben wir natürlich noch die 4Gs, wie immer. Äh, ich fang mal mit gelesen an, weil Oliver sagte schon, er hätte nicht so viel gelesen. Ich hatte ja, äh, das letzte Mal schon angekündigt, dass ich mich sehr darauf freue, dass das, äh, neue Buch von Michael Corneli erschienen ist. Und ich hab das auch am Wochenende, an einem Wochenende durchgelesen. Gut, hat jetzt auch nicht so, wie viele Seiten hat es? 388 hat jetzt nicht so viele Seiten. Hab ich durchgelesen. Ähm, bin geteilter Meinung davon. Also, die Bücher von Michael Corneli haben sich für mich immer dadurch hervorgetan, dass sie so ein gewissen, so eine gewisse Schärfe hatten und dadurch, ähm, sehr realistisch erschienen. Die hat er in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren gefühlt so ein bisschen verloren. Und sie kommen mir alle so ein bisschen weichgespült vor. Es ist nicht mehr, sie sind nicht mehr so, so spannend. Und, ähm, ja, ist, ist aber nicht schlimm. Ich hatte trotzdem Spaß, das Buch zu lesen. Ich meine, ich hab's ja an einem Wochenende durchgelesen. Da kann man sich nicht großartig drüber beschweren. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr davon erhofft. Ja, vielleicht das. Ich weiß nicht, wer von euch, äh, Michael Corneli, auch noch lesen mag. Also, ja. Bonki Hotte, hallo! Und Xam, dir auch einen schönen guten Abend. Und, ähm, ansonsten hab ich noch, das hatte ich, glaub ich, auch schon mal gesagt, äh, die Brothers in Arms Trilogie zu Ende gelesen von Scott Moon. Das ist so eine Mischung. Eigentlich dachte ich, es wär so wie Starship Troopers. Ähm, ist es aber gar nicht. Ich hatte gesagt, genau, ich erinnere mich wieder dran. Ich hatte gesagt, das erste Buch, da hatte ich das erste Buch fast durchgelesen, dass es eine Mischung aus im Westen nichts Neues und Apokalypse Now in der Zukunft ist. Und das trifft auch auf das erste Buch zu. Die anderen beiden Bücher sind aber anders. Und ich hatte während des Lesens, und, äh, Quatsch, während des Hörens, weil ich das als Audiobook gehört habe, während des Hörens das Gefühl, ich weiß gar nicht, von wann ist denn das? Hm, nee, weiß ich nicht. Während des Hörens zumindest das Gefühl, entweder haben die Macher von Gears of War das gelesen, oder der Autor hat Gears of War gespielt. Jedenfalls von dem, nicht von der Story und allem her, aber von dem ganzen Layout, und, ähm, Layout der Story, sag ich mal, her, und von dem Setting der Protagonisten her. Ja, ich meine, bei Gears of War, die sind ja alle so, solche Schränke und irgendwie mit Kettensägen unter den Waffen. Und es ist zwar Science-Fiction, aber es ist irgendwie doch nicht so richtiges Science-Fiction, weil es wird auch nicht so richtig, Science kommt nicht da drin vor und so. Und das ist hier zum größten Teil auch so. Das wird in dem zweiten und dritten Buch ein bisschen besser. Man kann es ganz gut hören, für nebenbei, ich meine, wenn man, ich höre das ja jeden Tag zum Spazierengehen, und wenn man sowieso spazieren geht, und dann nur ein bisschen was für den Hintergrund braucht, dann ist das schon ganz gut. Ähm, ich würde es jetzt nicht so super gut finden, das, also, ich weiß nicht, am Strand gehört zu haben, oder so, wenn ich mich darauf voll konzentrieren kann, weil es halt weniger Sci-Fi ist, und mehr Intriden und sowas. Kann man aber trotzdem hören, wenn man gerade Kindle hat, einen Punkt braucht, und dafür irgendwie 30 Stunden Audiobook braucht, so wie ich das hatte, war das schon ganz okay. Das waren die beiden Sachen, die ich gelesen habe. Ich lese immer noch hier, oder jetzt weiter, ich hatte ja die Commonwealth-Triologie von Peter Hamilton beendet, äh, pausiert, und ich lese jetzt dort weiter. Davon berichte ich, wenn ich damit durch bin, zumindest mit dem ersten Buch. So, das waren die Sachen, wo Oliver nichts hatte, aber gespielt hat Oliver nämlich auch. Ja, beinahe. Eine Sache würde ich aber, wobei das, wobei das wahrscheinlich eine Überleitung eher ist, ich habe keine Bücher gelesen, weil ich lese keine Bücher. Ähm, äh, so, bis auf irgendwie so jede Menge Kram, so was so mein Videospiel-Hobby angeht, so das schon. Ähm, aber ein, eine Sache, das ist eigentlich ein Spiel, aber, ähm, so wie das sich dargestellt hat, ähm, ist das eigentlich mehr ein spielbares... Ähm, ich bin momentan bei einem Titel, das Ding nennt sich Pentiment. Ah, mhm. Und, ähm... Von Obsidian. Ich bin, von Obsidian. Ich bin noch nicht sehr weit, aber, ähm, so, es hat mich doch ungewohnt gefangen, weil normalerweise so bei allem, was so Richtung Visual Novel geht, und das ist so ein Mittelding, das ist so ein Mittelding zwischen Visual Novel und, ähm, leichten Adventure ansetzen und leichten Rollenspiel ansetzen. Und, ähm, das hat mich aber doch sehr gefangen von der Art und Weise, wie es erzählt wird, weil es macht sehr viel auch mit, ähm, mit der Lithographie, also mit der Art und Weise, wie die Texte geschrieben sind und auch wie sie sich aufbauen, weil, ähm, das die Charaktere repräsentiert, wie die drauf sind oder wie sie reden oder sonst irgendwie. Man sieht anhand der Schrift, ob jemand sich hier bildet ausdrückt. Ich finde das unheimlich faszinierend, weil sie haben nämlich, um das rüberzubringen, auf Sprachausgabe komplett verzichtet. Es ist nichts synchronisiert. Mhm. Und, ähm, was mich auch fasziniert daran ist, halt, wie viel Mühe sich, ähm, die Designer gegeben haben oder derjenige, der dafür zuständig war, ähm, authentisch mit der Geschichte umzugehen aus der Zeit, weil es spielt in Deutschland, es spielt um die Zeit um Martin Luther rum, ähm, und in Bayern. Und es ist nicht so, wie man das sonst irgendwie von amerikanischen, ähm, Produkten kennt. Es ist nicht, wie, wie, Gabriel Knight 2, Beast Within. Nein, es ist, ähm, verhältnismäßig authentisch und das ganz ehrlich, hätte ich von einer US-Produktion nicht erwartet. Das, ähm, ist, äh, und dieser gesamte Umstand, der zieht mich halt ziemlich rein und tatsächlich auch der Stil, weil der Stil, der ist so ein bisschen so irgendwie zwischen mittelalterlich und Jugendstil, irgendwo dazwischen und wird aufgebaut, als ob man in so einem klassischen Buch, äh, blättert, ne, so, weil wenn man eine Szene verlässt, wird auch immer eine Seite umgeblättert in, in dem Spiel. Ganz, ganz faszinierend. Also gefällt mir ausgesprochen gut bisweilen. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich einschlafe. Also es ist, ähm, im Moment, äh, im Moment hält's mich echt bei der Stange, was sehr ungewöhnlich ist für so ein Spiel mit so viel Text. Das freut mich. Hat's, glaub ich, seit Planescape nicht gegeben. Das freut mich. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, worauf ich mich schon, ich glaube, das war relativ kurzfristig auf der letzten E3 oder so wurde das vorgestellt und aber auf der davor, also das wurde nicht so lange gehypt oder vorgestellt und ich freu mich schon die ganze Zeit da drauf und hab das sozusagen als mein Weihnachtsspiel auserkoren. Das heißt, über die Weihnachtsfeiertage werde ich das ausführlich spielen, da freu ich mich schon sehr, sehr doll drauf. Ja, ich glaub, also wer gerne liest, für den ist das ein Fest. Ja, ja, das glaub ich auch und ich freu mich auch wirklich drauf, weil es auch so eine kleine Detective-Story hat, so hab ich's zumindest verstanden. An die bin ich noch gar nicht rangekommen. Ich bin irgendwie anderthalb Stunden im Spiel und ich bin noch gar nicht so weit. Das Ding hat, was auch übrigens bedeutet, das Teil hat für ein Spiel ein ungewöhnlich lahmes Pacing. Ja, aber das macht es auch irgendwo aus. Dann, wo du schon mit Obsidian aufgemacht hast, mach ich mit Obsidian weiter. Ich hatte ja drüber berichtet, dass ich hadere damit, Fallout New Vegas nochmal neu zu spielen und das lag hauptsächlich daran, dass ich mir nicht sicher war, welche Mods man alle installieren muss und welche Mods man dafür braucht und, und, und. Aber ich hab mich dann hingesetzt, irgendwie zwei Abende lang jeweils eine Stunde irgendwie Mods runtergeladen und installiert. Es gibt da gewisse Listen, die man einfach so durcharbeitet, welche Mods in welcher Reihenfolge kommen. Das hab ich gemacht und inzwischen kann man das dann auch relativ modern spielen, sag ich mal, nicht nur von der Auflösung her, sondern es gibt Quick Loot und so, dass man einfach nur Container anguckt und dann sieht, was da drin ist und da dann die Sachen rausnehmen kann, ohne immer diese Animation zu haben, aufmachen und dann das Inventar hin und her zu schieben und so. Aber ich muss gestehen, irgendwie packt es mich nicht mehr. Die Story interessiert mich nicht mehr so richtig. Ich hab jetzt vier Stunden oder fünf Stunden vielleicht gespielt und ich weiß nicht, ob ich's weiterspiele, ich hätte wahrscheinlich schon früher aufgehört, hätte ich nicht diese zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden in die Mod-Installation gesteckt und hätte jetzt gerne wieder was raushaben wollen aus dieser Mod-Installation. Ich bin mir unsicher, ob ich's noch weiterspielen werde. Ich, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Ich kann's ehrlich gesagt nicht sein. Sagen, es packt mich nicht und vor allen Dingen dieses, die, die Shooting-Mechanik ist halt nicht gut. Das ist halt sehr frustrierend stellenweise. Man ist es halt gewohnt, dahin zu treffen, wo man hin zielt. Funktioniert da halt leider irgendwie nicht. Ja, naja. Also ich bin ja derjenige, also ich spiele relativ ungern die Shooter-Mechaniken, aber das ist so ganz allgemein, weil ich so mit so First-Person-Sachen nicht hab. Allerdings ist es so, dass ich hier mit dieser Zeitlupen-Funktion, beziehungsweise dem Wetz. New Vegas ist das ja sogar, ist ja Wetz sogar noch so ein Stillstand-Element. In Kombination finde ich das trotzdem eigentlich sehr nett, weil ich treffe auch in normalen Shootern nie. Ah, okay. Ich hab irgendwie so echte Orientierungsprobleme bei solcher Art von Spielen und das gleicht es für mich in irgendeiner Form aus. Wobei ich also, ich kann das irgendwo nachvollziehen, weil das aber mehr auch daran liegt, weil ich Rollenspiele nicht so fokussiert auf die Story-Spiele. Hab ich noch nie gemacht. Sondern für mich ist eigentlich so dieses Einbinden in der Welt. Irgendwann da ein Zuhause aufbauen oder sonst irgendwie. Und Fallout New Vegas geht da einen etwas anderen Weg, finde ich. Die machen da eigentlich mehr so ein Roadmovie raus. Richtig. Und das ist so etwas so, das hat mich persönlich irgendwie, ja, also ich mag das Spiel zwar, weil man kann so, man kann zwar auch so ähnlich spielen, wie ich das eigentlich will. Aber es ist halt so, dass man dann in einem Hotelzimmer ist. Also man baut sich da nicht so sein Heim auf. Nee. Wie es halt bei Fallout 3 oder 4 der Fall ist. Richtig. Aber die Story ist schon gut und die ist auch gut geschrieben. Ja, absolut richtig. Absolut richtig, ja. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht spiele ich es noch weiter. Ich weiß es nicht. Hast du gesagt, ich nutze für Mods das, ja, den Vortex von, äh, vom, vom, ja, äh, hab ich auch, hab, ja, ich benutze den Mod Manager 2, nicht den Vortex, aber im Prinzip macht der ja das gleiche. Ähm, in Fallout 4 fand ich's auch, ja, fand ich's auch, also, ja, ich weiß nicht, die Fallout, ich glaube, ich spiele 1 und 2 vielleicht nochmal wieder. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ähm, ja, soviel, äh, zu Fallout. Was sagt sie, Gru? Allein, dass ich mit einer Nuke dem Endgegner kaum was abgezogen habe, fand ich scheiße und nicht so immersiv. Ja, das, ja, das, ja, kommt auch dazu, dass man halt Kopfschüsse Gegnern verpasst, wo man denkt, der müsste eigentlich umfallen und dann nochmal und nochmal und irgendwann bekommt man dann diese Zeitlupen-Animationen, wie das, wie der umfällt. Ist halt ein Rollenspiel. Das find ich nicht so schlimm. Ähm, aber dieses, ich ziele irgendwo hin und die Kugel fliegt nicht dahin, das, das, das macht mich irgendwie verrückt. Greco, dir auch einen schönen guten Abend. Hallo. Hallo Stefan. So, ähm, hattest du noch ein Spiel, Oliver? Äh, oh, gespielt habe ich so einiges. Also, ähm, ja, ich habe zwar irgendwie mich nur so relativ kurz mit Fallout 4 beschäftigt, weil das ist so ein Teil, was ich tatsächlich momentan noch nebenher manchmal spiele, äh, weil ich habe ja eine Xbox Series S und, ähm, Microsoft hatte irgendwann Fallout 4 so ein bisschen aufgemotzt mit, äh, 60 Frames und so und, ähm, ähm, das mag ich ganz gern, wobei, ähm, erstaunlich absturzfreudig auf der Xbox. Also, ich hatte das vorher auf der PS4 und, ähm, das war lange nicht so instabil. Ähm, ne, sonst habe ich halt, ähm, ähm, oh, ich habe mit Persona 5 angefangen. Oh! Ähm, zum zweiten Mal, ich hatte das schon mal gehabt auf der PS4, habe das nur irgendwann aufgegeben, so nach 20, 30 Stunden. Das Ding ist, das ist auch so, das ist so ein Problem, wenn so ein Spiel irgendwie so, deswegen, mir zu viel Story hat oder zu viel Klimm-Bim, ähm, so, wenn, wenn ich dann irgendwie was habe, woran ich mich festhalten kann, dann ist das gut, nur halt Persona 5, also von der Aufmachung her ist das ja der, das ist ja unglaublich. Also, das ist, die Präsentation von dem Spiel ist der Oberhammer. Und der Soundtrack. Alles. Also, was das angeht, ist das echt Spitzenklasse und ich gehe auch davon aus, das Ding ist zeitlos bis die nächsten 30 Jahre. Also, sowas haben, sowas gibt es echt selten und ich frage mich echt, wie die sowas in Japan produzieren, produzieren können. Ich habe sowas in westlichen Produktionen noch nie gesehen. Nee, traurig, oder? Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich fand auch 4 schon super. das habe ich noch nicht gespielt, das kommt ja demnächst. Achso, ich habe es auf der Vita gespielt, im Urlaub. Also, auch nicht ganz durch, irgendwie nach 100 Stunden oder so habe ich aufgehört, aber das war ähnlich von der Präsentation. Na gut, ist ein bisschen älter natürlich. Die Vita-Version war, glaube ich, schon eine aufgemotzte PS2-Version oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat mich das auch einfach nur geflasht. Also, die Persona-Spiele finde ich richtig, richtig gut. Wobei, es gibt ja auch dieses Persona 5, dieses Tanz-Rhythmus-Spiel, das habe ich nicht gespielt. Das weiß ich nicht, wie das ist. Ja, und es gibt auch ein Fighting-Game, das habe ich auch noch nicht gespielt. Ah, okay. Fighting-Game gibt es auch noch. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich ein Persona-Teil gespielt habe, war Persona 5. Und ich habe vorher mal mich versucht in einem Shin Megami-Tensei-Spiel, aber das liegt mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. Mir auch nicht. Die sind mir auch ehrlich gesagt zu schwer. Die sind ja knüppelhart. Ja, Ich weiß gar nicht, das repräsentiert hier jetzt den Style irgendwie nicht so richtig. Ja. Nee, die Bilder sind nicht gut aus dem Shop, muss ich sagen. Ja. Also, ich bin ja auch kein Fan von diesem Anime, blauen Haaren, großen Augen und so weiter. Aber Persona 4 und 5 finde ich super. Finde ich super. Ja, den, den sozialen Aspekt fand ich in beiden, aber ich glaube, das ist so eine japanische Geschichte. Beiden Sachen nicht so gut, weil es im Prinzip irgendwie schon oft ist oder darauf hinausläuft, dass du Freunde bekommst, wenn du denen die richtigen Sachen schenkst. Und ja, das ist nichts, was mir Spaß macht, herauszufinden, wer jetzt welche Sachen mag, dem ich weh jetzt, wen jetzt schenken soll. Was das für ein Spiel ist, was man da machen muss? Ähm, das ist eine Mischung aus Lebenssimulation und JRPG. Ja, ja. Tagsüber ist man Schüler und Tag und in den Abendstunden verwandelt man sich in einen Meisterdieb und verkloppt Monster. Ja, ja. Also, klingt komisch, ist auch so, äh, aber trotzdem, guck's dir an, es ist wirklich ein wunderbares Spiel. Vielleicht schaust du dir einfach nur irgendwie das Intro mal an auf YouTube, ähm, dann hast du schon, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung davon, was dich im Spiel erwartet. Also, ja. Ja, und ich spiele sonst halt momentan auch noch Return to Monkey Island. Mhm. Ähm, spiele das nicht so am Stück alles so, äh, durch, sondern ich annehme mir das immer ein bisschen vor, so pro Woche mache ich irgendwie ein Kapitel und dann ist gut. Und, ähm, es gefällt mir auch ziemlich, ziemlich gut. Ich mag auch den Stil sehr gerne, was ja bei einigen Leuten so ein bisschen die Nackenhaare hochstehen lässt, aber ich finde den Stil total passend für dieses, für diese Art, auch zu der Geschichte. Ähm, ich bleibe auch bei der englischen Synchronisation, weil ich finde, die Stimme von Guybrush auf Englisch ist der Hammer, die passt also wie die Faust aufs Auge, besser als die deutsche Stimme auf jeden Fall. Bei der deutschen Stimme habe ich echt das Problem, weil jedes Mal, wenn ich hier diese, die, ähm, den Sprecher höre, ich habe immer diesen Spargeltazern von Monkey Island 3 vor Augen. Ich, ähm, das, das passt nicht. Ähm, ja, und also die, die englischen Sprecher sind wirklich super und, ähm, ich mag auch ganz allgemein, wie sie das Spiel modernisiert haben. Es, ähm, es ist nicht so, ähm, also es ist relativ, äh, komfortabel, weil halt, man hat nicht so viele Blind, ähm, Aktionen, man muss zwar trotzdem nachdenken, ähm, ähm, was, wie halt, wie man vorgehen muss, aber es ist halt so, dass, dass dieses ganze Busywork oder dieses Rumprobieren, so, dass das fällt irgendwie weg. Ja. Und das ist ja auch mal ganz nett. Ja. Ah, kommt drauf an, ne? Also manche mögen das ja, aber ich bin da auch nicht so ein großer Fan. Ja, das mögen sie aber auch nur aus Nostalgie. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass heute, wenn jemand irgendwie Familie hat oder so, sich irgendwie so, so über Wochen damit beschäftigt, irgendwelche Sachen auszuprobieren. Das glaube ich nicht. Richtig. Ähm, Trunk sagt noch, müsste man als Meisterdieb nicht eher schleichen, als Leute verkloppen? Das kommt da, das hängt davon ab, was du klauen möchtest. Und wenn man das jetzt erklärt, dann würde man schon spoilern. Zu X-Wing kommen wir gleich noch. Ja, und noch ein Spiel habe ich gespielt, weil ich habe, ähm, hier eine Weile ein Problem gehabt mit meiner Switch, die ich habe, die ich eigentlich auch sehr mag. Nur meine ist kaputt gegangen. Die ist irgendwie runtergefallen und, ähm, seitdem, äh, wollten die Controller nicht mehr vernünftig agieren und da war irgendwie nichts mehr vernünftig spielbar. Und ich habe mir jetzt tatsächlich jetzt, ähm, eine neue Switch, ähm, gegönnt und, ähm, ein Spiel war, weswegen ich mir eigentlich die Switch ursprünglich gekauft habe, das ist nämlich Bayonetta 3, ist ja jetzt draußen und ich habe endlich so die Gelegenheit, das weiterzuspielen. Und ich, ähm, mag es sehr gerne. Es ist meiner Meinung nach nicht so gut wie der Teil, wie der zweite Teil. Ähm, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel und es wischt wirklich, also würde ich mal sagen, mit 90% der Genre-Kollegen echt den Boden auf. Mhm. Es, ähm, es gibt wirklich kaum etwas, was, was da so rankommt. Selbst Devil May Cry, was ja eine relativ ähnliche Reihe ist, nicht. Ja, schade. Wenn ich jetzt das nur noch spielen könnte, leider bin ich da so schlecht, dass es mir keinen Spaß macht. Ja, man muss, man muss es trainieren. Wobei ich hatte, äh, da, das, äh, immer so gehalten, auch bei Bayonetta, auch bei Devil May Cry, dass ich meistens so einen ersten Durchlauf auf Easy so als Tutorial genommen habe und dann ging's richtig los, weil, weil nach dem ersten Durchlauf, da hast du dann auch die Moves drauf. Mhm. Ja. Das macht mir keinen Spaß. Sigrunus sagt, der dritte Teil war doch klasse. Wahrscheinlich. Der dritte Teil ist auch klasse, aber er ist meiner, er hat nicht so dieses, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, durch die vielen, vielen Ideen, die sie da reingequetscht haben in das Spiel, hat es nicht den gleichen Flow wie die Vorgänger, finde ich. Ja. das, ähm, ne, es ist, es ist wirklich, also ich find's besser als Teil 1, um's mal richtig einzuordnen, aber, ähm, ich find Teil 2 besser. Ähm, war das das Letzte oder hast du noch was gespielt? Ne, das ist so. Ich hab zwar sonst immer so ein bisschen was angespielt, aber das waren die Sachen, womit ich mich eigentlich intensiver beschäftigt hab. Ich habe noch 2 Spiele gespielt, eines, auch noch ein aktuelles, weil es, ich glaub, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende irgendwie verschenkt wurde bei Steam und ich eigentlich überhaupt gar kein Warhammer-Fan bin, egal ob, äh, das Fantasy oder das Sci-Fi Warhammer, aber ich mag halt, ähm, Roguelites, Roguelikes und, äh, aus der Erst-First-Person-Perspektive war schon ganz okay. Left 4 Dead ist überhaupt nicht meins, aber ich dachte, mh, vielleicht ist das ja hier ein bisschen anders. Ich hab mir das dann angeguckt, aber da wird man so oft mit, hier, kauf dieses oder kauf dieses. Also, es fühlt sich wie ein Free-to-Play-Spiel an und ich hab's dann gelassen. Das war, war überhaupt nichts für mich. Da hab ich, hab ich aufgehört. Ich dachte, vielleicht wär das was für einen Freund und und meiner selbst, mir selbst, mich, für einen Freund und mich, dass wir das irgendwie, äh, zusammenspielen können, aber ich hab da keine Lust zu. Dann hab ich mit nem anderen Freund noch Innocent Until Caught gespielt. Das ist ein Adventure, also Point-to-Click-Adventure, was noch Nachfolger hat, Guilty. Ähm, ich, der auf dem Amiga noch rausgekommen ist, 94, glaube ich, also, relativ spät noch, die Amiga-Version. Und die nimmt sich von der DOS-Version nicht viel. Hat einen ganz lustigen Humor und vor allen Dingen hat es interessante Ansätze vom Gameplay her, die man so in anderen Adventures nicht kennt. Ich will nicht unbedingt sagen, dass die gut oder schlecht sind. Ich mach nur mal ein paar Beispiele. Hier sieht man ja auf dem Screen, dass man hier unten ein Inventar hat und normalerweise ist es ja mit dem Inventar so, dass man hier Pfeile hat und die dann einfach durchscrollen kann. Das hier ist mehr so ein Ultima-Inventar. Pack einfach alles rein und irgendwann ist es halt voll. Alles irgendwie ein Durcheinander. Weiß ich nicht, ob das gut ist. War, glaube ich, eine ganz nette Idee. Funktioniert im Endeffekt aber nicht. Dann ist es so, dass man hier unten die Karte sieht von der Location, an der man ist. Das ist sozusagen eine Karte von oben. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht und man sieht hier diese gelben Pfeile, die Ausgänge davon. Aber die kommen halt wirklich erst dazu, wenn man an diese Stelle gelaufen ist. Also man sieht nicht von vornherein die Ausgänge, sonst man musste erst hinlaufen. Das fand ich ganz interessant, dass man nicht gleich auf den ersten Blick die ganze Location verraten kriegt, sondern dass man die halt ein bisschen entdecken muss. Dann gibt es irgendwie ganz komisch hier den Unterschied, mit der Lupe kann man halt hier über die, ja über den Screen oder über die Szene fahren und hier unten, wo sonst die Karte ist, taucht dann, wenn es ein Hotspot ist, der Name auf und man sieht dann halt vergrößert diesen Hotspot. Also ist das sozusagen einen Hotspot-Finder. Aber um den Hotspot dann anzugucken, muss ich halt erst auf das Auge klicken und dann wieder da drauf klicken, was halt ein bisschen umständlich ist. Dann gibt es noch Aufheben oder Anfassen und Benutzen, was man vielleicht hätte als Eins machen können. Aber interessanterweise ist es auch so, wenn man Gegenstände mit der Szene benutzen kann, dann verwandelt sich der Cursor in so eine kleine lustige Animation. Zum Beispiel, wenn man ein Fotoapparat hat, dann hält er halt den Fotoapparat so in einer Hand und wenn man drauf drückt, dann ist dieser Cursor halt so animiert. Das heißt, jedes Objekt, was man mit der Szene benutzen kann, hat nochmal so eine extra eigene Animation, was eigentlich irgendwie ganz lustig gemacht ist. Ich suche mal eine Szene hier mit, genau, mit so einem Dialog. Die Dialoge sind alle in so einem Porträt-Modus, sage ich mal. und das ist ganz interessant, weil man nicht nur Antworten hier unten geben kann, mit so einer Sprechblase zu einem selbst drüber, sondern man kann auch noch Objekte oder Worte, sage ich mal, die Objekt, meistens Objekte beschreiben, in diesem Text anklicken und dann direkt dazu noch eine Folgefrage stellen, was ich ganz interessant finde, was wir aber erst nach, glaube ich, zwei Stunden oder so rausgefunden haben, dass das so ist, weil diese Objekte sind halt nicht unterstrichen oder in einer anderen Farbe in diesem Antworttext, die sieht man halt gar nicht und wenn man das nicht weiß, kommt man da nicht drauf. Wir sind durch Zufall nur drauf gekommen, dass man halt in diesen Texten auch etwas nochmal hinterfragen kann. Also, ja, ähm, ich finde es ein interessantes Spiel, es hat einen gewissen Charme, einen gewissen Witz, es ist anders, aber was die Immersion ziemlich zerbricht für einen Adventure, finde ich, ich nehme das mal hier, ist, äh, das Anschauen, also Objekte anschauen. Wenn man sich zum Beispiel eine Lampe anschaut, dann steht unter dem Auge Lamp und wenn man dann da drauf klickt, sagt er, das ist eine Lampe oder wenn man sagt, wenn man hier die Bank anklickt, dann sagt er, das ist eine Bank zum Hinsetzen oder das ist eine Werbung, sagt aber nicht, was für eine Werbung oder so. Also, die Objekte, die man normalerweise, finde ich, in einem Adventure anklicken und betrachten kann, die ihn ja zum Worldbuilding, für die Immersion, um die Welt noch besser zu beschreiben und das wird hier komplett, gefühlt ist das so, die Dialoge sind ganz gut geschrieben, die Story ist ganz gut geschrieben und dann hat der Writer was anderes zu tun gehabt und ist gegangen und der, weiß ich nicht, Praktikant hatte dann die Aufgabe, die ganzen Texte zu vertorben, die ganzen Fluff-Texte zu beschreiben, die man in den Szenen sieht und der hat halt keinen Bock und hat gesagt, okay, das ist eine Lampe, ja, wenn du dir die anguckst, sagt er dir, dass es eine Lampe ist. Also, ja, irgendwie sehr schade, sehr schade. Ich glaube, das war der Programmierer und zwar, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil, wir haben ja auch ein Point & Click Adventure mal entwickelt und das ist tatsächlich etwas, was du als allererstes machst, so von wegen, damit du in irgendeiner Form, was da drin stehen hast, als Dummy-Text, wird einfach erstmal quasi so der Titel benannt und ich erkenne da auch relativ viel wieder, womit ich hier bei dem Spiel, so ein bisschen nicht so weiß, was ich davon halten soll, weil die Szene jetzt wie hier, die finde ich eigentlich ganz angenehm, weil das so wirkt, als hätte man wenigstens irgendwie die Objekte alle relativ kompakt beieinander, weil der eine Teil ist zwar Immersion, aber der andere Teil ist immer dieses viele Hin- und Hergerenne. Ja. Weil, aber was eben war bei den anderen Szenen, ich weiß nicht so, das ist, als ob sich der Grafiker nicht entscheiden konnte, ob er etwas schön machen soll oder einfach nur schnell fertig werden wollte. Ist das so? Ja, es wirkt irgendwie so, weil wenn du irgendwie so diese Szenen da hast teilweise, die ist sehr schön. Okay. Die ist sehr, sehr schön, finde ich. Aber eben jetzt zum Beispiel das hier, jetzt guck mal da. Hier, ne, so ich guck da drauf und hab so das Gefühl, so irgendwie passt das mit den Köpfen nicht. und so mit den Gesichtern so, glaube ich, ist so mit den Proportionen gut, das kann sein. Das ist so ein bisschen so eine, vielleicht auch eine Stilfrage oder eine Könnenfrage, aber jetzt zum Beispiel bei dem Menschen rechts da, der Hut, der hängt ja voll auf Halbmaßt. Ja, der, ich meine mich zu erinnern, dass der eh so ein bisschen betrunken war. Ich glaube, das ist Absicht. Ach so. Ja. Also der Charakter ist, die ganzen Charaktere sind sehr überzeichnet. Also die, die Wachbeamten oder die Polizisten sind alle sehr skurril und skorrupt und ich könnte mir vorstellen, dass das Absicht ist. Ja, es wirkt ein bisschen komisch halt, weil ich glaube, die Proportionen, die passen nicht. Das, das sind so an einigen Stellen eben jetzt zum Beispiel, da war auch eine Straßenszene, das wirkte irgendwie so, als ob nach hinten raus, also so von wegen einige Sachen recht detailliert waren. Aber genau die, ne, aber hier jetzt zum Beispiel, die Beleuchtung auf der Straße wirkt irgendwie so, als wäre es eigentlich alles unfertig. Warte mal. Ich glaube, das liegt daran, dass die Amiga-Version irgendwie schlecht, hier sieht die Beleuchtung ein bisschen besser aus, oder? Ja, aber es ist auch da, siehst du das auch so, von wegen, es gibt da keine richtige Struktur, ne? So, es musste anscheinend alles etwas schnell gehen. Ja, mag gut sein, ja. Ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, werden wir es weiterspielen, aber ich glaube, wir haben jetzt ungefähr vier Stunden gespielt, ohne in die Komplettlösung zu schauen, und es ist eins dieser Adventure, wo du von Anfang an, glaube ich, zu fast, also gefühlt 80% aller Schauplätze geben kannst, und alle Gegenstände einsammeln kannst, und keinen so richtigen roten Faden hast, und, ähm, ich, ich werde, wir werden jetzt noch einmal spielen mit Komplettlösung, mit Walkthrough, und dann mal gucken, was man laut Walkthrough machen muss, eigentlich machen sollte, eigentlich, ja. Wodini sagt, Warhammer, Vermintheit ist top, die Bosskämpfe sind spaßig, ja, äh, auch Teil 2, finden viele gut, ist einfach kein Spiel für mich, glaube ich, das Left 4 Dead war auch irgendwie nichts für mich, also, ich mag diese Art von, ich weiß gar nicht, sind das so Arena-Kämpfe, wo dann so Horden auf einen zukommen, und immer wieder neue sind, mir geht's ja so ein bisschen wie Oliver, ich muss, äh, so vorgehen, dass ich wenigstens den Rücken, meinen Rücken frei habe, und dann die Sachen hinter mir gecleared habe, eine Basis habe, eine Basis habe, zu der ich mich zurückziehen kann, und von da aus ein bisschen weiterkämpfen kann, das ist, ja. Mh, Zegul sagt, Oh, hab Guilty gespielt, wie war es? Also, Guilty haben wir noch nicht gespielt, äh, das ist das nächste Spiel, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, äh, ob wir das spielen, ob wir das im Anschluss spielen werden, müssen wir mal gucken. Okay, das war alles gespielt, hast du noch irgendwas gesehen, Oliver? Filme, Serien? Serien hat, ja, ich hab jetzt nicht ganz so viel gesehen, weil ich halt die ganze Zeit hier mit unserem Projekt noch zu Gange war, ähm, weil ich hatte mir jetzt, äh, zwischenzeitlich hier dieses von, wie heißt der, wie wird da eigentlich ausgesprochen, Guillermo del Toro? Ach so, ja, ich glaube schon. Das Kabinett of Curiosities hab ich mir angeschaut, weil es ist schon so etwas so, was ich eigentlich eine coole Idee finde, das ist so ein bisschen so, würde ich sagen, ähm, die Grundidee ist sehr ähnlich wie X-Faktor, sowas, ne, aber, ähm, die Art, wie diese Geschichten sind, so von wegen, die werden, da wird halt mehr wie, ähm, bei Outer Limits, das wirklich auf so eine gesamte Stunde fast gezogen, für, für eine solche Episode, um da eine Geschichte zu erzählen, ähm, es ist auch so, dass, ähm, es, ähm, nicht unbedingt gesagt ist, dass etwas irgendwie, Kuriositätenkabinett, dass es irgendwie mehr so in die Grusel-Ecke nur geht, sondern es ist mal, also mal so, es ist mal mehr skurril, es ist mal, ähm, es kann mal sein, dass es ein bisschen in die Horror-Ecke geht, aber es kann auch einfach nur sein, dass es wirklich so dieses klassische Kuriosen, Kuriositätenkabinett ist, und es wird jede einzelne Folge von einem anderen Regisseur, ähm, quasi gefilmt, die Kombination finde ich sehr spannend, ähm, wobei ich sagen muss, die Serie ist sehr Hit and Miss, also es ist, ähm, die, es, ähm, ich hab das eigentlich so nicht so erwartet, aber, ähm, Qualitäten der jeweiligen Episoden ist wirklich sehr schwankend, also es ist, nicht nur das, das darf, aber die Ideen sind teilweise sehr interessant, weil es halt sehr abwechslungsreich ist, aber, das liegt da offensichtlich. Klingt so ein bisschen wie, ähm, Love, Death, Robot? Hab ich noch nicht gesehen. Ach so, das ist, das ist ähnlich, das wäre eben Science Fiction, da wurden halt, ähm, glaube es sind alles Science Fiction Autoren, die haben alle Kurzgeschichten geschrieben und so, äh, ja, Animationsstudios damit beauftragt, einen Kurzfilm dazu zu machen und es gibt schon drei Staffeln dazu. Mhm. Das kann halt auch alles sein, das kann Horror sein, Komödie oder, ja. Ja, es ist auf jeden Fall interessant, nur halt, ähm, ja, man sollte am besten mit keinen Erwartungen daran gehen, ich glaube, dann hat man den meisten Spaß. Das ist so das, was mir eigentlich gefallen hat. So, ähm, und dann gab es, glaube ich, noch irgendwie so, so Eleonora Holmes, hieß das, glaube ich. Ja. Ähm, da habe ich irgendwie, die, die hatte ich irgendwie verpasst, da habe ich jetzt die beiden Filme da gesehen, die es auf Netflix gab. Den zweiten habe ich noch nicht gefallen, gesehen. Ja, es hat mir recht gut gefallen, also so ich, es, es hat mich nicht so aus den Socken gehauen, obwohl ich eigentlich so sehr empfänglich bin, wie Sherlock Holmes-artige, ähm, Filme, ganz allgemein. Ähm, ja, ist ganz gut, hat mir, hat mir durchaus gefallen, ja, und ansonsten habe ich mir zwei Blockbuster gegeben, der eine, den, den musste ich mir geben, weil ich, also so, überall wo Dinos drauf sind, das muss ich einfach gucken, ich habe da so einen Fetisch. Ah, ja. Ähm, und das war halt hier, ähm, der letzte Jurassic World Film, den hatte ich mir angeschaut. Ähm, als Film finde ich ihn schlecht, wirklich schlecht. Ähm, für Dino-Fetischisten ist es ein Fest. Ja, okay. Weil, ähm, so weiß ich nicht, das ist so irgendwie wie Walking with Dinosaurs, diese Dokuserie, die die BBC gemacht hat, nur in einem Film gequetscht. Also, sie haben es wirklich übertrieben an der Stelle schon fast, nur halt, ähm, das alleine ist wirklich sehr, äh, sehr, sehr schön anzusehen teilweise, wenn man, wenn man auch so etwas abfährt. Nur der Film, der ist so konfus. Also das ist, ähm, ich habe da gar keine Worte für. Also ich habe, war das der Vorgänger, der Vorgänger, wo so ein Über-Dino gezüchtet wird? Das war schon der erste, das ist ja eine Trilogie. Ah. Ähm, und im ersten hatten sie den schon, ähm, den fand ich noch eigentlich ganz okay. Das war der letzte, den ich gesehen habe. Trotz dieses Über-Dinos, der so ein bisschen albern war. Und, ähm, der mittlere Film, so, der war auch nicht wirklich gut, aber ich fand ihn trotzdem noch unterhaltsam. Und beim dritten, das ist so, weiß ich nicht, das ist, wenn du wirklich merkst, so von wegen, sie wollen irgendwie so alles in einen Film packen, was sehr schön ist, dass sie wirklich alle Hauptdarsteller in einen Film gepackt haben. Das ist so ein bisschen wie ein Familientreffen, das macht schon Spaß. ich erinnere mich. Aber, ähm, wie gesagt, so die Handlung ist echt, äh, weiß ich nicht. Mhm. Alles klar. Ähm, ja. Und dann hatte ich mir, ähm, von dem hatte ich gar keine Erwartung, den hatte ich mir eigentlich nur so als Popcorn-Kino irgendwie, ich habe mir die Uncharted-Verfilmung angeschaut. Die habe ich auch vor ein paar Wochen gesehen, ja. Die hat mir überraschend gut gefallen. Ist halt kein Uncharted-Film. Also, wenn man nicht mit der Erwartung an Uncharted daran geht, ist es, ich fand den auch, ganz nett, das Popcorn-Kino, muss ich sagen. Ja. Äh, eben ging es um Jurassic World, ein neues Zeitalter. Ja. Ähm, ja. Ja, aber der Uncharted-Film, der hat mir tatsächlich gefallen. Der war wirklich sehr unterhaltsam, fand ich. Und, ähm, ja. Ja. Schade, dass wir nie den nächsten davon sehen werden, glaube ich. Soweit ich weiß, war das ja ein richtiges Desaster, die Entwicklung des Films. Also, ich fürchte, das war der einzige und letzte. Es kann sein, das weiß ich nicht, ich hab das nicht verfolgt. Ich hatte, ich war ein bisschen skeptisch wegen den Hauptdarstellern, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so Nathan Drake, so jung, ich weiß ja nicht. Ne, richtig, von daher, das passt auch alles nicht, fand ich zumindest. Aber ich hab dann gesagt, okay, es ist, hat mit Uncharted nichts zu tun und dann hatte ich eigentlich, ja, war net, nette Unterhaltung. Ja, das waren so die, die hauptsächlichen, die mir jetzt so ins Gedächtnis geblieben sind. Ich hab noch einen, den fand ich eigentlich sehr interessant, aber ich bin leider da mittendrin eingeratzt, aus irgendwelchen Gründen, was mich irgendwie wundert, bei dem, was da abging, das ist dieser hier, äh, everywhere, everything, irgendwie all at once, ich, ich hab jetzt grad den Titel nicht so ganz im Hinterkopf, das ist ein asiatischer Film, ähm, den ich mir unbedingt angucken wollte, ähm, weil da halt der, ähm, Schauspieler dabei ist, den ich das letzte Mal irgendwie so, äh, wie bei Indiana Jones 2, hier, dieser Asiate, oder der bei Goonies damals mitgespielt hat, der Asiate, der, der Junge. Ja. Ne, und der spielt da mal mit, den haben sie, den haben sie irgendwie eine neue Chance gegeben und, ähm, das, ähm, hat auch wunderbar funktioniert, es hat mir das, was ich davon gesehen habe, wirklich ausgesprochen gut gefallen, nur mir fehlt halt der Mittelteil, ich hab halt verratzt. Äh, ja. Snufro sagt, er hat Pitch Black Planet der Finsternis geschaut, den hab ich schon ewig nicht mehr geschaut, ja, fand ich aber auch gar nicht schlecht, und The Strain, ja, weiß ich nicht, ob ich mir die nochmal angucken werde, Hastur hat drei Folgen Lower Decks geschaut und mit The Man in the High Castle angefangen. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Äh, ich hab mir sagen lassen von meiner Frau, dass der ganz gut war, für mich war das irgendwie nichts. Äh, Trunk meint auch, Everything Everywhere All at Once soll extrem gut sein, also, ja, gut, dass ich's jetzt weiß, ich werd da auch mal drauf achten. Also, ich werd ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen, weil, wie gesagt, also, es war ein bisschen unglücklich, weil ich mir den angeguckt habe, so an einem Abend, wo ich total irgendwie K.O. war, ähm, nur halt, wie gesagt, der Anfang ist so ein bisschen so, man kommt schwer rein, weil, der ist irgendwie ziemlich chaotisch am Anfang, aber so, diese, diese ganze Handlung um das, was es da eigentlich, was dann passiert, das ist schon sehr faszinierend. Ich werd ihn mir, glaub ich, wenn ich, wenn ich ihn mal in die Finger kriege, auch mal anschauen. Den nächsten Film, den hab ich, keine Ahnung, der war halt irgendwo einfach dabei, der wurde mir vorgeschlagen, da hab ich drauf geklickt, weil, äh, Captain America dabei war und ich dachte, okay, so schlecht kann der Film nicht sein. Ich hab ne Regel, dreimal richtig hier ein riesiger Scheiß und ich hör den Film auf, auf, anzugucken. Das hatte ich nach 10 Minuten erreicht und hab dann diese Regel gebrochen und gedacht, komm, du guckst ihn jetzt weiter, nach 20 Minuten musste ich abbrechen. The Losers von 2010, ähm, ja, wie heißt der Chris, Chris Evans oder wie heißt der, hab ich vergessen. Äh, ja genau, Chris Evans, äh, spielt da mit und es, ich meine, es ist ne Comic-Verfilmung, also das hier jetzt nicht. Es ist ne Comic-Verfilmung und der verzeiht man natürlich einiges, aber ich muss sagen, irgendwo ist dann auch bei mir Ende, ähm, es geht darum, irgendwie so'n, so'n, äh, der Drogenbaron auszuschalten und dafür sendet die USA ein spezielles Zielteam, was dann mit nem, äh, Laser-Markierer ein Ziel markiert und dann wird auf einmal die Frequenz gehackt und es ist irgendwie jemand anders, der ganz böse ist und böse Sachen machen will und, ähm, die USA schicken dann einen Jagdbomber los, der Bomben auf dieses, äh, auf diese Burg von dem Drogenbaron wirft und der Bomber ist ne MiG-21. Hallo? Hallo? Warum? Ich meine, das ist eh alles 3D gerendert. Da hat ja keiner Geld für bezahlt, aber warum nehme ich dann ne MiG-21? Das ist ja eindeutig nicht gut recherchiert oder ich weiß nicht, was, was soll das? Das hat bei mir, also, ne, das ging überhaupt nicht. Jedenfalls fliegt dann die MiG-21 und bombardiert das Schloss. Danach werden sie extrahiert von einem Helikopter wieder von einem russischen. Warum? Ich meine, warum ist da kein Black Hawk oder ein Huey oder irgendwas? Ich verstehe das nicht und das hat mich halt wirklich mehrfach genervt und das dritte Mal war dann, äh, ich hab schon komplett vergessen warum, aber es musste ne, ne Flugabwehrrakete gebaut werden und die wurde aus mehreren PVC-Rohren und einer Taschenlampe gebaut, was man auch sehen konnte, weil an der Seite Surefire drauf stand und mit Guffer-Tape und, ne, da war ich, da war ich raus. Also, danach musste ich was Gutes gucken und ich hab nochmal, guck ich irgendwie einmal im Jahr, also nicht dieses hier, keine Ahnung, was das ist, äh, einmal im Jahr guck ich eigentlich Red Race. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein, für mich, ja, den hatte ich einmal gesehen. Ah, okay, ja, äh, so ne Hommage an die Slapstick-Komödien der, der 80er und frühen 90er und ist einfach ein toller Film, ich muss jedes, jedes Mal lachen, ich hatte viel, viel Spaß damit, also, äh, ja, mir, mir hat er viel Spaß gemacht, Rowan Atkinson, John Cleese, ja, Whoopi Goldberg ist halt auch dabei, aber die kommt halt nicht oft vor, Kubrick Gooding Jr., der eine wirklich coole Rolle spielt und Thess Green, den mag ich ja auch sehr gerne, also, ist wirklich ein schöner Film und mit schönen, lustigen Situationen, also, ja, ich kann da viel drüber lachen, aber man muss auch diese Art Film mögen. Greco sagt auch, ich liebe Red Race, der ist dämlich, aber genial, ja, richtig, ja, Whoopi Goldberg muss man auch nicht, ist auch ehrlich gesagt nichts für mich, äh, es ist ein Multiversum-basierter Film, einer der besten, ach so, der Everything, ja, gut zu wissen, ähm, Wodini sagt, er hat zweimal gestern Conjuring angeschaut, war immer noch gut, ach, zum zweiten Mal, okay, war immer noch gruselig, klingt auch so, äh, Phil sagt, die Staffel von The Man in the High Castle werden da immer schwächer, das ist leider bei vielen Serien so, ne, dass die folgenden Staffeln irgendwie schwächer werden, okay, damit wären wir soweit durch, bleibt mir nur noch zum Programm diese Woche was zu sagen, ähm, ich hatte lange überlegt, da Alexander krank ist, fällt für ihn die Folge am Donnerstag aus, und ich hatte überlegt, was wir als Ersatz machen, und ich denke, ich werde morgen Donnerstag Freitag, Freitag, Samstag, und in der nächsten Woche nochmal, die restlichen, ähm, ja, Episoden von dem Talk von letzter Woche einfach veröffentlichen, Stück für Stück, dann haben, dann sind die zusammen, ihr habt Zeit, euch die anzugucken, wann auch immer ihr wollt, aber die sind halt, nicht an einem Tag, nicht in drei Stunden, Brocken, sondern die sind etwas fragmentiert, man kann sich die, ähm, so angucken, wie man das gerne möchte, und wenn ihr möchtet, möchtet, habt ihr jeden Abend ein wenig was, äh, Informatives, einen kleinen informativen Happen dazu, zur Immersion, das heißt, ich werde jetzt die Woche über veröffentlichen, und dann geht's nächste Woche normal weiter, okay, so, dann mach ich Vorgeplänkel aus, den Kult-Mac mach ich an, so, und jetzt reden wir über die Playtime, Oliver, Playtime ist nicht deine Zeitung, ne? Ne, ich hatte am Anfang, ähm, als das Magazin jung war, ähm, so, so zwei, drei, vier Ausgaben mir gekauft, ich bin aber nie wirklich warm geworden mit der Playtime, was auch wirklich mit, äh, mit den Wertungen in dem Magazin zu tun hatte, weil, ähm, die waren so, wie man so sagt, so all over the place, ne? Also, das, äh, das konnte mal stimmen, aber, ähm, ich sag mal so, alles, was man anderen Zeitschriften vorwirft, das findet man dort. Das, das, ähm, das war alles doch relativ extrem und sehr willkürlich, wie ich fand, und, ähm, ich kann aber nicht sagen, ob das allgemein so ist, aber das war immer mein Eindruck. Mhm. Phil sagt, die Ausgabe habe ich auch noch, da sind auch noch C64 Spiele drin. Ja, da ist alles Mögliche drin. da ist, da ist wirklich einiges drin und ich würde sagen, wir starten auch einfach mal rein. Man sieht schon, äh, The Legacy, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, Chaos Engine, noch nicht ganz so viel, X-Wing könnte ich lange drüber sprechen und hier unten, die Spiele sagt mir nicht eins was davon. Doch, Tiny Toons, aber für Megadrive natürlich auch nicht. Doch, doch, einige davon. Gut, dann habe ich jemanden, wenigstens der ein bisschen was dazu sagen kann. Was ist das denn hier? Ah, Werbung für ein, äh, alles klar. Mhm. Spielevertrieb. Die neuesten Testergebnisse. Oh ja, also, bei der Playtime war es ja so, die ersten, keine Ahnung, X-Folgen waren, äh, eigentlich nur Übersetzungen aus dem englischen, äh, ja, Muttermagazin, könnte man sagen. Später ist man dann dazu übergegangen, eigene Tests zu machen und nicht nur Übersetzungen. Und ich fand dann, wurde's, wurde's besser. Ähm, warum ich so an dieser Zeitung hing, weiß ich auch nicht. Jetzt natürlich aus nostalgischen Gründen. Also, ja. Reko sagt, in der Playtime war doch Dick Tracy mit Auszeichnung getestet. Ja. Okay. Großartig. Das weiß ich nicht. So vom Wegen. Teils durch 10, da kommen wir der Sache schon näher. Schauen wir mal. Über die Dingens, äh, springen wir mal drüber hinweg. Ja, Bazooka Zoo ist, glaube ich, nicht so gut angekommen, obwohl es gar nicht so ein schlechtes Adventure gewesen sein soll, meine ich. Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gespielt, mir war der Stil auch ein bisschen zuwider. Genau, das war auch mein Problem, ja. Ich, äh, kann mich noch dran erinnern, dass, ähm, das war so die Zeit, weil ich hab ja früher eine Zeit lang gerade immer bei Starbite gearbeitet. Und, ähm, als ich damals wegging, das war, glaube ich, so das allererste Mal, dass man da innerhalb der Firma Screenshots gesehen hat. Und dann gab es ja zwischenzeitlich eine Starbite Pleite und, äh, danach kam das nochmal raus und das war dann wohl nicht so, ähm, ich, ich vermute aber auch, dass das ein Adventure ist, was, ähm, ja, es gab damals ja relativ viele Adventures, die entweder waren sie sehr gut oder sie waren relativ ziellos und ich glaube, das ist mehr so die zweite Kategorie gewesen. Ja, Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ähm, ich hab, weiß nur, dass ein Freund mal gespielt hat und meinte, es ist okay, kann man spielen und, äh, äh, ja, ich glaub, viel mehr war es nicht. Den Ice-Hockey-Manager, da hatte ich ja mit Alexander schon mal drüber gesprochen und der meinte, und ihr meintet das auch, der wäre gar nicht so schlecht gewesen. Das heißt, seitdem hab ich so ein bisschen immer ein Auge offen für den. Der ist auch gar nicht so teuer. Ich weiß nicht, warum die Software 2000-Spiele so teuer sind, aber den werd ich mir vielleicht nochmal zulegen, den hab ich halt auch noch nie gespielt. Vielleicht sollte ich einfach mal die Demo anfordern. Ja, Apples Newton, Apples neuste Waffe gegen die Tücken der Computer, äh, des Computer-Handlings. Okay, ist nicht gar nicht, ach so, das dachte schon. Oh, guck mal, das hab ich ja noch nie gesehen. Für Aktenschränke. Kann man die Disketten mit so einem Aktenschrank-Einsatz. Wie praktisch? Ja. Wie viel passen da rein? Bis zu 80 Stück, dreieinhalb, dreieinhalb Zoll oder fünf, ein Viertel Zoll Disketten. Nicht schlecht. Wirklich praktisch. Ja, jetzt brauch ich so ein Ding. Ich brauch auch noch den Aktenschrank. Pivotini spielt rum. Hier wird nicht rumgespielt. Oh, guck mal. Spectra Video weiß, was Piloten sich wünschen. Den Logic drei Free Flight. Okay. Ergonomisch ist das nicht. Aber herausgekommen ist ein echter Knüppel. Ist das der, es gab mal einen, der hatte so ein, ja, so ein Bewegungssensor hier unten drin. Ähm, den hast du dann halt so festgehalten in der Hand und so bewegt. Das war richtig scheiße. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der das ist. Weil hier unten sieht man ja so ein bisschen was, aber das sieht auch so aus. Weiß ich nicht. Ich glaub, das ist mehr so ein, so ein Präsentationsständer, damit man das irgendwie richtig, ähm, ohne Hand, äh, darstellen konnte. Ja, das Ding war richtig scheiße. Super Nintendos Troddlers. Ich hab Troddlers nie gespielt. Das ist so ein bisschen hier aus dieser Schiene so wie Lemmings oder so. Mhm. Ähm, ich kann mich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich meine, dass das halt war, dass, ähm, dort die kleinen Figuren, ähm, keine Gravitation kannten, sondern die rannten da wirklich so, genauso wie halt der Level gestaltet war, so kopfüber teilweise und dann den Seiten hoch und runter. Mhm, okay. Aber, ähm, wie gesagt, also so, ich weiß nicht mehr wirklich wie der Spieleablauf war. 175 Level klingt auf jeden Fall, als hätte man da, wenn's gut ist, viel Spaß mithaben können. Also es hat ja ordentliche Wertungen gekriegt damals. Mhm. Ja, der Joystick erinnert an was anderes, das ist richtig. Oh, guck mal, Oliver, ein Multicase. Ja, Sind das Disketten hier? Nee, das werden wohl Module sein. Das sieht aus wie halt, ähm, sowas wie halt, ähm, heute die Notebook-Tasche, damals halt für Konsole, damit die Leute halt zu ihren Schulfreunden halt gleich den, den kompletten Hausstand mitnehmen konnten. Auch von Logik 3, die den Joystick gemacht haben, muss was ganz Dolles sein. M15, Strike Eagle wird es in Kürze auch für das SNES und das Mega Drive geben. Verständlicherweise sieht man bei Microprose einiges an Hoffnung in diesem Produkt. Mhm. Leider nicht so. ob das für Mega Drive gekommen ist, ich kann mich nicht erinnern. Das weiß ich auch nicht, aber für das SNES auf jeden Fall, das weiß ich noch und ich, die waren nicht sehr erfolgreich. Die ganzen Ausflüge von Microprose auf Konsolen waren glaube ich nicht erfolgreich. F-15 kam nie für das SNES? Gab es nicht eins? Oder war das dann der erste Teil? Hm. Jetzt muss ich aber nachgucken. Ah, okay. Okay, das war der erste Teil, den ich meinte und den zweiten gab es dann fürs Genesis. Okay. Wie sagt der denn aus? Oh ja. Oh, guck mal, mit 3D-Grafik. Mit Vektor-Grafik. Okay. Junge, Junge, Junge. Keine Ahnung, wie schnell, weil halt Vektor-Grafik damals zumindest auf dem Mega Drive war nicht so der Hit. Also inzwischen können es ja die Leute. Also die 3D sieht sogar ein bisschen besser aus wie auf Amiga und PC. Wenn ich mir das Objekt angucke. Also zumindest vom Detailreichtum. Aber ich glaube, dafür sieht die Welt ein bisschen abgespeckter aus. Ja. Interessant. Hm. Gut. Ist nichts für mich. Bock, hallo. Dir auch einen schönen guten Abend. Breeze sagt, er hat alle auf jeden Fall keinen Paar. Ne, ne. Habe ich mich verwechselt. Kam nicht raus. Habe ich mich verwechselt. Habe ich mich vertan. Shadow of the Comet. Hast du auch nicht gespielt, oder? Ne. Und, ähm, also ich habe schon zum Paar Mal da nach Ausschau gehalten, aber ich habe mir sagen lassen, dass diese Cthulhu Infogramm Adventures, ähm, die sind wohl nicht so der Hit. Ne. Leider, aber trotzdem, ey, also, oder eben, deswegen haben sie sich glaube ich nicht so gut verkauft und, äh, sind deswegen teuer, weil das zweite war ja irgendwie noch Prison of Ice oder so. Das fand ich ja ganz interessant, weil auf den Screenshots und in der Presse immer dieses U-Boat gehypt wurde, wo dann, wo man an Bord eines deutschen U-Boats wie bei Indiana Jones 4 umlaufen konnte, aber gespielt habe ich die beide auch nie, leider. Nelson, hallo, dir einen schönen guten Abend. Gut. Hallo. Ähm. Ich dachte kurzzeitig, das wäre Rebel Assault, als ich das hier gesehen habe, aber es ist X-Wing und es ist sogar ein Star geworden. Das hast du wahrscheinlich nicht gespielt dann, gehörte wahrscheinlich zu den PC-Spielen, die du ausgelassen hast, ne? Ja, und, äh, Star Wars Spiele ganz allgemein. Warum? Weil du das Setting nicht magst? Weiß ich, weiß ich nicht. Nein, ähm, Star Wars Spiele, also vor Lego Star Wars nicht eins angepackt, tatsächlich. Okay. Ich hab, ähm, ich weiß nicht, woran es lag. Also ich hab, ähm, irgendwie, glaub ich, früher mal diese Arcade-Umsetzung eine Weile gespielt, aber, doch, es gibt einen Grund. Ähm, ich mag den Soundtrack nicht. Ah, okay. Da, ähm, ich weiß nicht, warum, aber ich gehör zu den wenigen Leuten, die den Star Wars Soundtrack nicht mögen. Mhm. Der ist mir irgendwann zu sehr, ähm, der ist mir zu penetrant irgendwann geworden. Durch diese Geblaseinlagen. Ja. Ja, äh, ja, sorry. Also ich hab wieder ein paar Frame-Drops, aber eigentlich seit einer halben Stunde keine mehr. Also wenn was hängt, einfach mal F5 drücken. Ähm, sollte eigentlich nicht an mir liegen. Ähm, wenn du den Star Wars Soundtrack nicht magst, äh, gut, man kann ihn natürlich abschalten, aber LucasArts hat ja dieses iMuse eingeführt, also, dass man so ein bisschen die Musik nach der Situation verändern kann und das spielt X-Wing extrem aus. Ähm, X-Wing ist eine Flugsimulation ähnlich wie Strike Commander im Star Wars Universum und, also Strike Commander ist nicht im Star Wars Universum, aber Strike Commander ist eine Flugsimulation mit Story-Elementen und X-Wing auch. Es gibt viel drumrum zu entdecken, es gibt, äh, viele Missionen, die auch Berührungspunkte zu Büchern und Filmen haben und was damals natürlich sehr beeindruckend war, ich weiß nicht, ob es einen Screenshot davon gibt gerade, ja, natürlich, und was sehr beeindruckend war, dass man halt wirklich auf den Todesstern hinunter konnte und dort die Mission fliegen konnte. Also, ähm, ja, das war schon, war schon sehr beeindruckend. Es ist ein bisschen, sag ich mal, realistischer in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Wing Commander. Ja, man kann Raumschiffe lahmlegen, man kann unterschiedliche Systeme von großen Raumschiffen, man kann zum Beispiel erst die Türme und sowas kaputt schießen. Das ging ja erst später bei Wing Commander. Äh, das hatte X-Bring schon vieles vorher und man merkt, dass da eine professionelle Hand dran war, weil Larry Holland, der hat schon die ganze Zeit für LucasArts Flugsimulatoren und Simulatoren gemacht und das merkt man halt auch wirklich und es ist wirklich ein wunderbares Spiel, wo ich viel, viel Zeit drin verloren habe und eine 90er-Bewertung ist absolut gerechtfertigt. 93, weiß ich nicht, aber, ähm, ja, für mich eines der besten Star Wars-Spiele, Spiele, die es gibt. Vielleicht sogar das Beste. Viele sagen ja, dass TIE Fighter, der Nachfolger, besser ist und, äh, spielerisch muss man darüber nicht diskutieren, ist das so, aber ich bin ja bekannterweise mehr so der White Knight-Spieler, also ich mag mehr die Rebellen wie die Imperialen und von daher, ähm, ist es glaube ich für mich dann doch eher X-Wing. Man muss allerdings auch wirklich schon so einen Hang zu Flugsimulationen haben. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass man auswendig lernen muss, wie super komplizierte Waffensysteme man bedienen muss oder Bordcomputer programmieren muss oder sowas. Sowas ist es nicht, also das geht ganz schnell von der Hand, deswegen mein Vergleich zu Strike Commander ist, glaube ich, passend. Ähm. Mhm. Tank sagt, Trunk sagt noch, dass so ein guter Flugsimulator, ja, TIE Fighter findet viele besser, ähm. Ja, je nach Mission, es gab unterschiedliche Soundtracks, soweit ich mich erinnern kann. Man mag halt den einen oder anderen, äh, Soundtrack halt nicht. Ich, mir gehen manche Sachen auch auf die Nerven. Sag mal so, solange es wie in den Filmen ist, dann geht das noch, aber bei Spielen ist es ja so, du spielst das ja wesentlich länger, du beschäftigst dich da viel mehr mit. Ja. Und, ähm, das ist auch so der Punkt, wieso ich, ähm, das eigentlich nicht so mag. Ja, ist auch so. Also man wird hier wirklich regelrecht überschüttet mit dem John Williams Soundtrack, ja. Ähm, X-Wing Alliance war auch sehr gut, ja. Ich hätte auch wirklich Lust auf X-Wing mal zu spielen, aber ich, bis jetzt hat mich immer der Soundtrack davon abgehalten, weil ich glaube, ich müsste ihn dann auf YouTube ausmachen, ansonsten werde ich zugeschüttelt mit Copyright Claims. Ach, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Hätte ich auf jeden Fall trotzdem Lust dazu. Okay. Oh, nee, über CPS will ich nicht sprechen. The Legacy. Oliver, kennst du das? Haben wir da, ähm, wir hatten kurz drüber gesprochen. Ja, ich hab es selber nicht gespielt, obwohl es irgendwie, ähm, eigentlich in meinem Beuteschema hätte liegen müssen, weil ich ein ziemlicher Fan damals war von Magnetic Scrolls. Mhm. Ähm, nur halt, ähm, Wonderland hatte ich damals irgendwie verpasst, weil ich die Amiga-Version nicht hatte und es war gerade so eine Phase, wo ich auch noch nicht mit dem PC irgendwie so Zugang hatte. Und dann kam Legacy. Und Legacy, ähm, ich meine, dass mich damals die Testberichte sehr verunsichert haben, weil die waren sich nie so wirklich einig, ob sie das Ding jetzt nun gut finden sollten oder nicht. Mhm. Aber ich glaube, du musst es einfach selber ausprobieren, um es rauszufinden. Oder du guckst das Replay. Oder das. Ja. Also, ich bin auch zwiegespalten. Ich hatte eigentlich nicht so eine gute Meinung von dem Spiel, weil es halt viele Dinge sehr nervig macht, die ich sehr nervig finde. Aber irgendwie landet man immer wieder bei dem Spiel und vielleicht spiele ich es doch noch mal durch. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Apropos. Nervige Dinge ins Spiel. Tegels Mercenaries. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, dass es Teil 2 oder Teil 3 so eine, äh, Reihe von Minecraft, ähm, ist natürlich eins der, ne, ähm, kennt, glaube ich, niemand. Ist ja so ein Squad, ähm, ja, Squad-Management-Taktik-Spiel, was nie gut abgeschnitten hat. Ähm, 60 ist hier schon sehr gut. Ich glaube, man ist sich mehr so der Meinung, dass es mehr so 40er, 50er-Bereich ist. Es ist kein, glaube ich, richtig gutes Spiel. Aber, ähm, ja, ich, ich hab ja ein Herz für so nicht richtig gute Spiele und Spiele, die halt mal irgendwie versuchen, was anders zu machen oder was anderes machen, ein anderes Thema aufgreifen und so. Ich bin gespannt, wie es ist, weil die Screenshots fixen mich natürlich extrem an. Aber vielleicht ist das wie bei Kinofilmen, wo man im Vorspann schon alles Gute gesehen hat. Also, ich weiß es nicht. Oh, jetzt kommen wir aber zu den richtig, richtig guten, guten Spielen. Äh, kennst du die Bücher zu Ringworld? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein, nein, nein. Ähm, es gibt ja seit gefühlt zehn Jahren, vielleicht seit fünf Jahren oder so, die Gerüchte darum, dass Amazon Prime eine Ringworld-Serie macht. Und ich bin ja sehr großer Fan der Bücher und des Universums. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn das passieren würde, weil ich gerne, ähm, eine bessere Visualisierung der Welt hätte, wie die beiden Adventure, die beide nicht gut sind. 77 Prozent ist schon sehr, sehr gut. Ich meine, Tsunami hat sowieso nicht so viele gute Spiele gemacht. Und 77 ist das nicht. Es ist, glaube ich, schlechter. Aber bei Tsunami konnte man sich eigentlich immer sicher sein, dass die Grafik halt ganz nett war. Und, ähm, das war meist so, ich meine, hier sieht es noch so ein bisschen komisch aus. Das liegt vielleicht an den Screenshots, aber es ist immer, wie Sierra das damals auch gemacht hat, sind das digitalisierte, wirkliche, gezeichnete Grafiken. Und die sehen eigentlich immer sehr, sehr hübsch aus. Meistens die Animationen der Figuren und so, das irgendwie nicht. Aber so Charakterporträts und so was und Hintergründe, so statische Sachen sahen bei Tsunami immer sehr, sehr gut aus. Ähm, das hat mir immer gut gefallen. Das Adventure und der Nachfolger oder Vorgänger weiß ich gar nicht mehr. Die sind halt nicht gut. Die sind nicht gut. Ich hab's gespielt. Als es rausgekommen ist, gab's eine Demo irgendwie davon, die wir gespielt haben mit einem Freund zusammen. Und ich hatte die Bücher gelesen und er hatte die Bücher gelesen und wir waren richtig so, oh, schön, wir können, oh, wir können, oh, das, das Buch nachspielen, in der Welt eintauchen. Und dann waren wir super, super enttäuscht von den Adventure, weil man halt irgendwie hin und her läuft, mit Leuten spricht, aber irgendwie überhaupt nichts vorankommt. Und das hat eigentlich auch gar nichts mit den Büchern irgendwie so richtig zu tun. Man spielt zwar die Charaktere aus den Büchern, aber irgendwie ganz, ganz komisch. Also, das fanden wir beide sehr, sehr enttäuschend. Hab damals eine Besprechung gelesen und dann nicht gekauft. Das glaube ich. 120 Mark? Ja, die 120 Mark hier ist Apothekenpreis. Da kann man immer, das hat keine 120 Mark gekostet. Ja, ja. Das war bei mir auch so. 100 Mark war das Maximum. Äh, WWF. Guck mal, das gab nur 52. Das ist das schlechteste Spiel in dieser, bis jetzt in der Ausgabe. Ich glaube aber auch, dass das gerechtfertigt ist und vielleicht sogar noch ein bisschen hochgehalten, weil ich meine, die Wrestling-Spiele von Ocean, ich habe ein paar damals ausprobiert, die waren nie wirklich gut. Okay, Wrestling ist grundsätzlich nichts für mich und so Prügelspiele auch nicht. Mission, was, Barbarossa, Cobra. Ach, ist das nicht so ein Ab-18-Spiel? Ja, wird mit Gewalt und Nacktszenen konfrontiert. Ah, okay. Das sieht schon nicht so dolle aus. Ja. Weiß ich nicht. Habe ich nie gespielt, habe ich nie in die Finger bekommen. Wo kommen denn die 73% her? Für die Grafik? Ja. 75 für die Grafik. Ja, gute Frage. Also. Hier steht es noch. Erinnert doch stark an die alten C64. Ich habe mich gerade vertan, 75 sogar. Ja, boah. Ja, irgendwie, ich weiß das auch nicht. Viele von den, ähm, japanischen Spielen, ich weiß zum Beispiel diese ganzen Generalspiele von Kaito oder so, die haben ja alle SVGA benutzt da drüben und dann hatten sie meistens auch nicht so viel Grafikkartenspeicher mehr übrig, um da wirklich großartig viele Farben. Von daher war das meistens SVGA, aber dann in EGA. Und das sieht ja auch so ein bisschen hier irgendwie danach aus. Ich weiß es nicht. Also, hm, dann lieber kein SVGA. Aber, ja. Die Anzeigen sind auch Gold. Ja, das stimmt. Die Anzeigen damals waren richtig, richtig gut. Macht dem Spuk ein Ende. Mhm. Oh, Vision. Bist du damit mal in, äh, Berührung gekommen? Nee, ich wusste nur, dass es das gibt. Ich hatte das nicht gespielt. Ja. Ja, das war ja, äh, Bausparkasse, ich weiß gar nicht mehr welche. Das waren zwei Spiele oder so, die halt mit, ja genau, von der Sparkasse, äh, finanziert wurden. Und deswegen waren die halt relativ günstig. Konnte man die auch bei der Sparkasse kaufen, glaube ich, sogar die, die Spiele. 80, ich glaube, so teuer waren die. Ich glaube, die war, kosteten halt nur irgendwie 39 Mark damals oder so. Ja, aber es gab davon, glaube ich, Editionen bei Softgold, beziehungsweise Rainbow Arts war das, ja. Kann sein. Das kann sein, das weiß ich nicht. Also, ähm, grafisch sah das echt toll aus, aber es war halt kein so richtiges Spiel. Es war halt mehr, ja, so ein Arbeitssimulator irgendwie gefühlt. Also, ja, wir fanden es nicht gut. Ja, ja, es ist auch von Softgold, aber nicht finanziert von der Sparkasse oder so. Also, also, ja, gab zwei Teile davon, Vision 2 auch noch, aber muss man, glaube ich, nicht weiter drüber sprechen. Mhm. Ach, guck mal, das ist sogar in 3D, ne? Darum sehen die Filagoren so komisch aus. Ich auch nicht. Ich auch nicht. So ein, ja, polygonales, äh, Spielfeld hat, in denen dann vermutlich abgefilmte Sprites, also abgefilmte Spieler-Sprites reingeklebt wurden. Also, ja, das ist irgendwie komisch. 85, okay. 96 Prozent für die Grafik. Juhu! Aha! Die Größe der Spielfiguren ist einfach umwerfend, Oliver. Siehste? Ja. Also, so große Spielfiguren hat die Welt noch nicht gesehen. Damals im Feriencamp, ja. Im Computercamp. Ich, ich kann das gar nicht richtig deuten. Also, das müsste man wahrscheinlich in Bewegung sehen. Weil das wirkt auf den Screenshots so, dadurch, dass die Digifiguren ja irgendwie keine richtige Tiefe haben. So, so, als ob irgendwie die Perspektive über Kreuz ist. Richtig, richtig. Also, ähnlich wie bei Doom oder so, werden die ja wahrscheinlich, keine Ahnung, sechs, acht Seiten von denen aufgenommen haben oder so. Das heißt, die klappen dann auch immer so ein bisschen um. Die haben gar keinen Schatten. Also, fehlt die Tiefe sowieso irgendwie komplett. Da hast du recht. Das ist irgendwie total komisch, ne? Ja, aber man weiß es nicht. Ich kann den Bewegungen ja vielleicht für damalige Verhältnisse gut ausgeschaut haben. Also, es wird ja wohl... Absolut möglich, ja. Aber ich hätte Probleme damit auch damals schon gehabt, weil das halt wirklich ohne Publikum in so einer schwarzen Box irgendwie mehr nach Holodeck aussieht. Xenobots muss man nicht kennen. ist von NovaLogic und hat die Comanche-Grafik-Engine kopiert. Aber man fliegt nicht, sondern man hat drei Roboter, vier Roboter und muss so eine Art Stromnetz immer ausbauen und dadurch so Pylone setzen und die beschützen und dabei gegen... Ich glaube, außerirdische... Ich glaube, es soll ein Roboter sein, aber man hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, es waren Insekten, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz komisches Spiel. Hätte ich gerne noch, hat aber irgendwie so eine Trapzoid-Box oder was. Ist deswegen irgendwie teuer und wenn man die Box mal in die Finger bekommt, ist sie meistens auch schon irgendwie sehr mitgenommen und dafür viel Geld auszugeben. Da habe ich dann keine Lust zu. Ich weiß, dass wir es damals gespielt haben. Ich meine... Vier verschiedene Macs. Ich meine, es hätte sogar Multiplayer gehabt und wir hätten versucht, das im Multiplayer zu spielen. Und selbst im Multiplayer mit mehreren Leuten war es einfach todlangweilig. Also... Ja. Im Prinzip ist es Battletech nicht so richtig. Also ja... Ja, hatten wir halt auch gedacht, dass es wie MacWarrior ist. Aber... Ja. Weiß ich nicht. Es hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Es hat auch nicht richtig Spaß gemacht. Die Grafik war halt... Ja. Nicht schön. Nicht schön. Ich hätte es trotzdem gerne. Oh. Was sagst du denn zu der Grafik, Oliver? Nicht. Zweckmäßig. Ja. Möchtest du wetten, wie viele Prozentpunkte die Playtime der Grafik gegeben hat? 75. Wegen den großen Schiffen, ne? Weil es Polygone sind? Nee, nur 39. 39. Meine Güte. Dann war es nicht flüssig. Vermutlich nicht. Nein. Es ist genau von Turken Systems. Und die haben ja auch diese Napoleon-Spiele gemacht. Im Prinzip ist der Ansatz eigentlich bei all diesen Spielen ganz interessant, weil man ein Taktik-Spiel hat, das aber die Kommando-Linie mit einbezieht. Das heißt, ich als Napoleon habe meinen unterschiedlichen Generälen gesagt, was sie welcher Einheit sagen sollen, wohin die gehen soll. Und dementsprechend hat das auch gedauert, bis die Befehlskette durchgelaufen war, bis die Einheit dann wirklich den Befehl bekommen hat und ihn auch ausgeführt hat. Und je nachdem, wenn die im Kampf war, konnte das länger dauern. Es konnte auch sein, dass der Bote irgendwie nicht angekommen ist und die das gar nicht gemacht haben oder dass die irgendwie sehr viele andere Befehle noch bekommen haben, von der KI noch irgendwelche Befehle bekommen haben und dass das irgendwie dann ein Riesendurcheinander war. Und man hatte halt auch nicht auf einer Karte, wie man das vielleicht von Command & Conquer kennt, Einheit markieren, Strich nach da machen, sondern man hat der Einheit halt gesagt, bewege dich, weiß ich nicht, zwei Minuten im Schritttempo nach Norden oder 500 Meter nach Norden oder bewege dich bis zu dem Dorf oder so. Und ja, das fand ich, macht das Ganze interessant, weil man diese bewege dich und so Befehle halt per Tastatur wie so eine Art Miniskript-Sprache eigentlich eingibt. Es ist dadurch sehr kompliziert zu steuern, aber sehr einzigartig. Und in diesem Fall ist das mit den, es gab noch eins mit, also mit Segelschiffen gab es glaube ich auch noch sowas in dieser Richtung. Und das sind ja jetzt Dreadnoughts, also Dampfschiffe. Finde ich beide interessant. Ich glaube, Dreadnoughts hat sogar Alexander, also bin ich mal gespannt, was er dazu meint. Ich werde mir auf jeden Fall eines aus der Litz vielleicht oder so von den Napoleon-Spielen nochmal ansehen und dann auch nochmal ausgiebig spielen und mich da auch einlesen in diese in Anführungsstrichen Skript-Sprache. Ich glaube, da gab es sogar so eine Art Konditionen oder sowas. Das war schon ziemlich gut. Hier sieht man ja so ein bisschen, kann man noch so ein bisschen das schon zurechtklicken. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, finde ich auch sehr interessant, aber das muss Alexander dann ausprobieren. Warum ist das Wasser lila? Ja, eben. Ich glaube, das ist der Druck wahrscheinlich. Es sieht doch ein bisschen sehr nach den Standard-EGA-Farben aus in VGA hochgezogen. Das wird knallblau sein. Ich glaube nicht, dass das VGA war. Ich glaube, das war EGA. Ja, das könnte auch sein. Hier steht zwar VGA, aber es gibt ja auch nichts anderes. Also, ähm... Es könnte auch dieses, ja, es könnte das Enhanced-EGA gewesen sein. Das könnte auch sein. Das würde auch passen. Da würde... Also, es sind auf jeden Fall irgendwelche Standard-Farb-Paletten. Das sieht man recht deutlich. Ja, richtig. Ja. Die Grafikfähigkeit eines PCs wurde nicht annähernd genutzt. Das ist richtig. Ähm... Trunksagt, es ist ein super schönes Element, wie ich finde. Ich finde das auch. Dadurch macht es das Steuern sehr immersiv. Aber muss man natürlich auch mögen. Hey, Rostock steht da im Screenshot. Cool. Äh... Ja, stimmt. Ich weiß aber nicht, was Topken ist. Also, naja. Creepers. Nie gespielt. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Sieht ein bisschen nach Lemmings irgendwie aus. Ja. Ah. Wie von Lemmings bekannt, muss auch hier eine bestimmte Anzahl Tierchen pro Level ins Ziel gebracht werden. Okay. Zwar von gehört und vielleicht auch die Box schon mal gesehen, aber selber so noch nie gespielt. Aber du ja dann auch nicht. Nein. Und da aus Gründen, die ich nicht verstehe, alle Psygnosis-Spiele völlig überteuert sind, wird es auch heute nicht mehr in meine Sammlung kommen und ich da auch keinen Replay zu machen. Wacky? Fandst du das? Was ist das denn? Also, dem Stil nach ist es ein Adventure. Ja, richtig. Von Tsunami? Okay. Es ist ein Denkspiel von Tsunami. Und offensichtlich nicht besonders gut. Nee. 12% für die Playtime ist schon reichlich beschissen, glaube ich. Okay. Okay. Ja. Weiß ich auch nicht. Vielleicht der Tsunami versucht so ein bisschen in Edutainment reinzurutschen oder so. Ja. Ja. Code-Word-Abfrage als Highlight des Spiels. Ja. Scheint ein gutes Spiel zu sein. Wie ist denn deine Meinung zu Lemmings 2, Oliver? Ich mag es nicht. Ich hatte mir das Spiel als Original gekauft damals für das Mega Drive. Steht tatsächlich auch immer noch im Schrank und ich bin immer wieder am Überlegen das Ding vielleicht zu verkaufen. Ich fand, es war zu viel des Guten. Das, was eigentlich Lemmings ausgemacht hat, war immer dieses Überschaubare, was so die Möglichkeiten anging. Und hier war irgendwie so, ja, wir haben ganz viele kreative Ideen, ja gut, wir müssen damit irgendwie was machen, aber machen wir mal alles. Richtig. Und das war mir ernsthaft zu viel. Es ist total schade, weil an sich die Aufmachung ist total charmant, aber ich hatte keinen Spaß mit dem Ding. Es hat mir wirklich keinen Spaß gemacht und Lemmings habe ich sehr gemocht, den Vorgänger. Das ging uns, also ich inkludiere Alexander jetzt mal mit, ganz genau so. Bei uns war es nicht ganz so krass. Also ich muss sagen, so die ersten paar Level hat man schon irgendwie Spaß gehabt, bis man dann rausgefunden hat, das wird ja immer mehr und das wird ja noch mehr, das wird ja noch mehr und irgendwie, wie gesagt, war es einfach viel zu viel. Eins der wenigen Spiele, wo zu viele Möglichkeiten halt den Spaß verdorben haben. Da bin ich absolut bei dir. 93 ist völlig überbewertet, ja. Ich finde, die Grafikwertung ist schon überbewertet. Also das ist zwar sehr hübsch alles, für mich ist so Lemmings so ein Spiel so im oberen 70er bis 80er Bereich, würde ich sagen, von der Grafik her, wenn man davon absieht, dass es eigentlich relativ reduziert ist, trotz alledem. So weiß ich nicht. Ich hätte das nie so hoch bewertet, im Leben nicht. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Die Mucke war super, sagt Trunk. Ich muss gestehen, an den zweiten kann ich mich an die Musik nicht erinnern. Beim ersten habe ich gleich einige Stücke im Kopf, ja. Die offizielle deutsche Pinballs Fantasy Meisterschaft 1993. Oh, jetzt will ich wissen, wer gewonnen hat. Hat einer von euch da mitgemacht? Hm? Ach, jetzt kommen wir zu Fußballspielmanagern. Nee. Hast du irgendeine Vorliebe für, keine Ahnung, wie hießen sie denn, Bundesligamanager oder sowas? Nein, ähm, ne, pfuch. Ähm, so Fußballspiel, ich glaube, äh, so, ich habe in zur, bis zur Amiga-Zeit so das ein oder andere mal ausprobiert, so ein bisschen, aber, ähm, Fußball interessiert mich gar nicht. Ja, hattest du auch damals schon nicht. Gut. So Manager-Spiele schon so ein bisschen, weil die so ein bisschen in die Wirtschaftssimulation-Ecke gingen und die habe ich eigentlich schon immer ganz gerne gemocht, ähm, aber ich glaube, ähm, aus Gründen halt Starbyte Super, Starbyte Super Soccer, das hatte ich noch eine Weile gespielt, aber, ähm, dann gar nichts mehr. Ja, ging mir auch so. Ja, Bundesliga-Manager war gut. Ja, ja, also es gibt einige von diesen Managern, die sehr viel, sehr große Fans haben, aber, nee. Ja, äh, gut, also, Gotts ist ja, ja, Jump'n'Run, so viel Jumpen tut man da ja eigentlich gar nicht, ne? Das ist ein Puzzle-Plattformer eigentlich. Und meiner Meinung nach ist Gotts das beste, äh, klassische Spiel neben, ähm, neben Chaos Engine, meiner Meinung nach, was, äh, die Bitmap Brothers je fabriziert haben. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, ähm, in, ich klammer mal so ein bisschen Speedball 2 aus, weil Speedball 2 hatte ich damals verpasst, später gespielt, finde ich auch wirklich ein sehr gutes Spiel. Ähm, ähm, aber für mich sind tatsächlich Gotts und, äh, Chaos Engine die Highlights von dieser Schmiede. Mhm. Also, ich muss sagen, dass ich Gotts auch sehr gut fand. Einmal den, ich kenne nur die PC-Version, den Soundtrack, den fand ich sehr gut und die Grafik war halt super schön gepixelt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich kann diese Spiele ja nicht richtig, das heißt, ich hab, äh, Freunde dabei durch, äh, zugeguckt, wie sie es durchgespielt haben. Aber es war auch, glaube ich zumindest, dass ich mich erinnern kann, das erste Puzzle Jump'n'Run, in dem man, äh, ja, mit Münzen oder mit einer Währung sich hinterher Upgrades kaufen konnte, was wir damals ziemlich cool fanden. Das weiß ich noch, dass das so eins dieser Highlights war, äh, über die wir gesprochen haben. Äh, Chaos Engine kann man nicht beenden. Ich weiß nicht, wie man dazu DOS zurückkommt. Steuerung C, Steuerung D, Steuerung Q oder sowas, so die, die, die Standardsachen, die gehen nicht. Interessant. Ich hab's, aber ich hab's nie auf dem PC. Hast du, äh, vermutlich ist Battle.I nicht so deins dann, äh, gewesen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob du zwei gespielt hast, was du dazu gesagt hattest. Nein, ich hab dazu gesagt, dass Battle.I für mich immer ein Nektaris-Klon war und deswegen nicht gespielt hab. Stimmt. Ja. Ähm, ja. Also, wer Battle.I gut findet, wird die Datadisc auch gut finden, auch wenn sie ein bisschen schwerer sind, andere Einheiten, andere Karten oder mehr. Äh, in diesem Fall ist mehr nicht gleich schlecht. Also, das kann man, äh, bedenkenlos kaufen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, für diese brauchte man nicht mal, ah, okay. Genau, im preiswerten Doppelpack wird euch nämlich das Hauptprogramm und die erste Datadisc offeriert. Genau. Äh, später, ich glaub, für die zweite Datadisc brauchte man das Hauptprogramm auch nicht mehr. Die lief nämlich auch ohne das Hauptprogramm, aber man hatte halt die normalen Missionen nicht mehr. Die war, glaub ich, noch ein Stück schwerer. War es irgendwie Mond von Kronos oder irgendwie sowas, das, die hat es noch mal mehr in sich gehabt. Aber, meine Liebe zu den Hexfeld-Strategie ist dann auch richtig eigentlich erst mit Historyline losgegangen. Okay, das sieht sehr kompliziert aus hier. Ja, man konnte sich damit, äh, Bardstail-artige Spiele zusammenbasteln. Bardstail-Construction-Kit, ja, jetzt hab ich's erkannt. Ja. Hast du das mal versucht? Ich hatte es nie in den Händen. Es gab auch noch für die SSI-Spiele auch eins. Wie ist das denn? Ich weiß gar nicht, für welche Plattformen gab's das Ding eigentlich? Gab's das nur für PC oder gab's das auch noch für andere Systeme? Das ist eine gute Frage. Also, warte mal. Ich guck mal. Ich meine, das gab's auch für andere, oh, andere, äh, Plattformen noch. Amiga oder so? Wenn das Kunst, Bart's, warte mal, kann man nicht hier dann auf, Bardstail-Series, da, Amiga und DOS, genau, das gab's für beide. Ah, okay. Nee, das haben wir vorbeigegangen damals. Ah, das andere hieß irgendwie, glaub ich, Unlimited Adventures, weil das Bart's Tale, damit bin ich gar nicht in Berührung gekommen, aber das Unlimited Adventures doch, doch, auch von C64 das war so das einzige größere Rollenspiel, das ich damals wirklich mal wo ich damals eingetaucht bin und ich halte auch recht viel vom Bart's Tale, wobei ich das im Leben nicht nochmal irgendwie angehen würde, ich habe irgendwann das nochmal versucht das ist aber wirklich sehr schwierig vom Einstieg her und ich habe auch das Remake mal versucht, das ist wirklich gut gemacht gibt sich auch sehr viel Mühe, sowohl diese Nostalgie aufrecht zu erhalten und auch dieses Spiel so zu entschlacken, dass es einstiegsfreundlich wird aber so weiß ich nicht, das ist alles so spröde aus heutiger Sicht egal wie man es nimmt ja 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 ich habe dieses wie soll man sagen mehr Action Rollenspiel gespielt dieses mit dem ja was mehr auf lustig gemacht war in 3D ich weiß nicht ich weiß nicht wann das rausgekommen ist 2005 oder 2008 das habe ich ein bisschen gespielt das war ganz nett aber so richtig warm geworden bin ich da auch nicht mit okay wie viele Punkte gab es 68 okay Ideen werden als einziges mitgeliefert ja ich glaube das ist aber für die Zeit angemessen ja ich ich würde mal behaupten dass es gar nicht so populär gewesen ist weil sonst hätte man ja irgendwie mal Fanlevel und sowas dazu gesehen und ich kann mich nicht daran erinnern dass mal irgendwie auf einer Coverdisk oder sowas davon drauf gewesen wäre also Fly Harder ja das kenne ich wohl das war ganz gut das sagt mir gar nichts doch das ist ein Starbite Spiel das kenne ich tatsächlich noch weil es war ähm das ging noch im Umlauf als ich noch in der Firma war ähm es ist Thrust ja es ist im Prinzip ein Thrust Spiel und ähm in der Hinsicht hat es auch ganz gut funktioniert ähm ähm war nichts Besonderes aber ähm hat also wenn man auf die Art Spiele mag da hatte man schon was bekommen mhm ja 70 70% würdest du dann sagen ist fair dass das passt ja oh Gunship 2000 die was die Rennschlacht was ist denn eine Rennschlacht okay muss man nicht verstehen auf jeden Fall auch auf dem Amiga tolles Poster tolles Spiel wahrscheinlich nichts für dich nein The Chaos Engine ja wo wir denn dabei waren richtig eben schon erwähnt und hier gibt es über den Review dazu ja ja ganz ganz tolles Spiel finde ich immer noch auch wenn heute die Meinungen da so ein bisschen auseinander gehen ich finde es ist ein ganz großartiges Top-Down Action Spiel vor allem konnte man es zu zweit spielen ja das einzige was an dem Ding halt ähm bescheuert ist es halt die Sache mit dem zweiten Spieler die KI die war für den Hintern auch wenn die sich so ein bisschen ähm an den Charakterwerten angleicht aber ähm eine doofe KI ähm ist hier wirklich wörtlich zu nehmen mhm ja da kann ich mich auch dran erinnern ich kann mich dran erinnern dass wir es auch sehr schwer fanden ähnlich wie Alien Breed was auch auch sehr schwer war auch so ein Top-Down Shooter ja nur Alien Breed hat ein schlechtes Level-Design und das ist halt wirklich bei Chaos Engine wirklich gelungen das ist richtig aber wir fanden beide schwer also so richtig durchgekommen sind durch beide nicht und ja dann lag halt F15 wieder im Floppy oder sowas also das hab ich auch auf dem Amiga gespielt ja meinst du 87 ist fair? ja also hätte ich also ich fand damals eigentlich so allgemein so alle Wertungen die sich da äh im oberen 80er bis 90er Bereich bewegt haben fand ich eigentlich angemessen für das Spiel what Nick Faldo wer ist denn das? das ist Golf ist ein sehr bekannter Golf-Profi mhm okay sagt mir gar nichts hab ich zum das war eine ganze Reihe das war eine ganze Spielreihe ernsthaft? ja ist mir komplett an mir vorbeigegangen ja gut links und fertig ne ah von Grand Slam okay 87 von Grand Slam gutes C64 Spiel sagt Phil okay lass ich mich überraschen im Profi-Modus unspielbar ja okay das ist ja hm hm gut alle Golf-Simulationen haben irgendwie nach links 386 schwer gehabt und so schlecht finde ich die Grafik und sowas auch gar nicht also könnte sein dass es ganz ganz nett gemacht ist also bis jetzt macht es einen kompetenten Eindruck muss ich mir mal merken Nick Faldo Golf genau ja hast du das mal gespielt oder woher weißt du davon ne ich hab das jetzt selber nicht so gespielt weil mir ging das auch so so ähm wenn man links 386 gespielt hat dann hat man nach links und rechts geguckt und hat das irgendwie so so respektvoll abgenickt und gedacht so ja aber genau okay ähm interessant ne die sind die sind komplett an mir vorbeigegangen aber scheint ja eine ganz gute äh Bewertung bekommen zu haben und wenn sie auf dem C64 nicht so schlecht waren ja Wells Voyage hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen ich glaub dem würde ich auch nichts weiter hinzufügen 75 ich hab's nie gespielt könnte ich weiß nicht wie ob es ein gutes Spiel ist ich hab's irgendwann mir mal ein Video angeguckt das wirkte interessant aber ja Alexander hat's ja durchgespielt und ich glaube eine 70 ist fair 75 schon schon zu gut aber ja ich bin mal gespannt auf seinen zweiten Fußballmanager 3 ah ja okay für den C64 das ist ja lustig Besonderheit Demontage einer Legende oh okay scheint also nicht so gut gelaufen zu sein die Version ja das ist ja der Klassiker ne Footballmanager ja gut scheint in die Hose gegangen zu sein ist das so weiß jemand aus dem Chat mehr ist der wirklich 30% Fußballmanager 3 aber ich hab's nie gespielt also und vermute Oliver auch nicht nein ich glaub den allerersten hab ich mal gespielt aber das war's guck mal hier ist er schon der Nick Faldo okay sieht auch für den C64 gar nicht so schlecht aus 76 damals war der C64 doch schon tot ja richtig aber das heißt ja nicht dass das Spiel automatisch schlecht sein muss die Grafik super hässlich ja also das hier find ich gar nicht so schlecht dafür dass das ja halt für jede Runde der Screenshot ist total schlecht man kann erkennen der Screenshot ist schlecht ja das stimmt und man braucht da so ein bisschen Fantasie für ja 77 hm oh guck mal hier die Starbite Collection Oliver Winzer Black Gold und Starbite Super Soccer guck mal der hat nur 33 gekriegt hattest du nicht gesagt das ist gar nicht so schlecht das ist hatte mir damals gefallen ich weiß jetzt nicht wie das irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später noch irgendwie rüber kam weil es ist ja so dass Starbite Super Soccer ist schon extrem schlicht das ist ja wirklich so weit von der Excel-Tabelle entfernt Winzer 69 finde ich jetzt auch ich hatte Spaß damit ähnlich wie Black Gold auch also ja okay aber für C64 habe ich die halt auch nicht gespielt also kann ich dazu nichts sagen also das sind die Tipps die überspringen wir mal und ich glaube dann sind wir auch schon durch die Konsolen äh durch die Computer durch oh nein Hack Mac oh guck mal hattest du nie was von gehört nein ich glaube HackMac ist bei der Playtime eine Sektion gewesen wo sie Mac-Spiele vorgestellt haben was ich ziemlich cool fand weil das so gut wie nie einer über Mac-Spiele gesprochen hat zumindest in Deutschland das ist nämlich Sky Shadow äh ich bin ja auf den Mac auch erst später durch Studium und so weiter aufmerksam geworden und hab gerade wieder ein PowerPC ähm wer möchte kann in den Moment da kann ich hier mal wer möchte kann in den äh da sollte ich mir nochmal einen Button drauflegen Werbung so oder nicht hm ähm wer möchte kann in den Discord gehen und dort unter Hardware mal gucken den Mac hatte vorher ein Unternehmen und der der da gearbeitet hat ich glaube bis 2008 oder so von da sind auch ist auch zumindest der letzte äh geprüft Dingens Stempel danke hast du ich glaube wenn ich das eingebe geht das irgendwie nicht äh der letzte geprüft von wegen elektrische Verträglichkeit oder was ist glaube ich von 2008 und das war Kettenraucher da drin Oliver sowas hast du noch nicht gesehen das Ding saß zu und ich hab wirklich lange an dem Ding jetzt rum geschrobt und alles komplett auseinander genommen also wirklich alles das Gehäuse auseinandergenommen das Netzteil auseinandergenommen alles geputzt wieder zusammengebaut und gestern vorgestern ausprobiert und lief auf Anhieb war ich sehr sehr überrascht passiert mir auch nicht oft aber leider ist das Diskettenlaufwerk kaputt und mit Mac Diskettenlaufwerken ist es ja so eine Sache die haben ja keinen Auswurfknopf sondern du ziehst ja sozusagen in der GUI die Diskette auf den Papierkorb und dann wird das elektronisch ausgeworfen und ist nicht so einfach die ist halt ein proprietärer ein proprietäres Interface und ich weiß ich ehrlich gesagt noch nicht was man da machen kann kannst soweit ich weiß auch kein Gotek anschließen da brauchst eine andere Alternative da habe ich jetzt noch keine Idee zu ich werde das Diskettenlaufwerk aber auf jeden Fall noch mal einmal auseinander nehmen und gucken was was ich da noch wieder vielleicht habe ich da auch wieder falsch durch zusammengebaut muss ich mal gucken ob ich das noch irgendwie retten kann aber da habe ich mich gefreut und deswegen habe ich so ein gewisses Interesse auch an diesen Mac-Spielen weil es schon so ein paar Mac-Spiele gibt die ja auf dem PC nie rausgekommen sind sowas wie Marathon oder sowas ja und ich glaube das hier auch also ich kann mich da nicht dran erinnern das sieht irgendwie interessant aus ich kann mir da überhaupt nichts darunter vorstellen auch nicht ob das so eine Art ähm wie hieß denn dieses Spiel wo man mit einem Auto auf der Planetenoberfläche rumfährt so ein so ein Arcade Moonpatrol genau das meine ich dass sowas in der Richtung ist ich weiß es nicht Moonbuggy ja sowas in der Richtung genau aber ich habe keine Ahnung Starflight 2 gut das kennt man vom PC Amiga etc ich kenne es äh vom von DOS her sieht jetzt genauso aus wie die DOS Version die Vermischung aus Wirtschaft und Rollenspiel ist hier wunderbar gelungen Wirtschaft in dem Sinne dass man halt Ressourcen sammeln muss ja ja ist ein tolles tolles Spiel freue ich mich auch schon drauf das zu spielen und wir werden ich tue mich total schwer mit Starflight ich tue mich total schwer das ist auch wirklich schwer Starflight um in Starflight reinzukommen hat also wir haben damals mehrere Wochenenden gebraucht um in Starflight richtig reinzukommen aber das war natürlich einfacher man hatte Zeit und man hatte sonst nichts anderes und irgendwie ja musste man halt da reinkommen und wenn man die Systeme so ein bisschen verstanden hat macht es eigentlich auch wirklich wirklich Spaß und dann ist auch die Immersion da aber es dauert und ich fürchte dass ich heute nicht mehr dazu in der Lage bin in der Immersion darin aufzugehen glaube ich ich glaube mir gibt es da wie dir ich habe mir das damals ja tatsächlich gekauft fürs Megadrive und die Megadrive Version ist so ein Spiel was ich weiß nicht das ist so kalt die die ganze Präsentation selber auf dem Megadrive so die haben sich zwar gegeben vielleicht die Figuren etwas besser zu zeichnen oder so weil die finde ich eigentlich auf dem PC noch so ein bisschen so ja wenn man es nett ausdrückt sind sie charmant und auf dem Megadrive ist es aber irgendwie so alles so total unterkühlt und das war so eine Sache so die hat mir hier am Ende wirklich gestört und was eigentlich schade war weil eigentlich das Grundkonzept von dem Ding ist ja faszinierend und später habe ich irgendwann mal mich versucht so in die PC-Version so rein zu fuchsen nur da ganz ehrlich so diese Bedienkonzepte von PC-Spielen aus der Zeit muss ich echt nicht mehr haben ne das ist schon man muss Zeit da rein investieren die Steuerung und so weiter an dem Spiel zu lernen das ja das ist nicht einfach und ich weiß nicht ob ich das heute also ich weiß nicht ob es noch so gut ist damals war es gut ich habe auch den dritten in Anführungsstrichen inoffiziellen dritten Teil also Hardnova versucht aber da ist schon der Start sehr antiklimatisch klimatisch weiß ich nicht also auf jeden Fall fängt man schon gleich mit so man mag den Protagonisten gleich am Anfang nicht oder mir ging es zumindest so und das hat dann bei mir auch schon wieder viel kaputt gemacht also ja Alexander und ich werden es auf jeden Fall an Starflight versuchen hieran nicht Casino Master ich weiß nicht Glücksspiele mag ich grundsätzlich nicht und die dann noch am PC zu spielen brauche ich überhaupt nicht ich weiß nicht magst du sowas ne ich habe bestimmt das irgendwann mal so zu 8 Bit Zeiten eine Weile mal probiert aber ich kann mich an nicht ein einziges Spiel erinnern was ich irgendwie länger versucht habe ja geht mir auch so was ist das hier spielbereit dann los oh CeBIT Werbung gemeinsam sind wir Apple das Ergebnis auf Halle 8 CeBIT 93 Softcode okay Strip Poker ne ich habe auch Strip Poker nicht so richtig wirklich viel gespielt war ein R-Kartenspiel ja okay Lemmings in höherer Auflösung kann man machen diese Detailvielfalt des Spiels verwöhnt jedes Auge Oliver ist sofort detailverliebt das Spiel kann man machen okay das ist nochmal Werbung und nochmal das ist die Ausgabe der Lemmings guck mal die Gameboy Version von Lemmings hat auch gleich einen Stern gekriegt war nur mit 79 es ist etwas übrigens was mich immer voll fasziniert hat der Gameboy allgemein nicht so sehr so damals sowieso weil die Spiele passen ja damals in die Zeit und mobil war das eigentlich cool und auch die Vielfalt von dem Ding aber was ich wirklich faszinierend fand dass auf ein 8-Bit-System was ja nur 4 Farben hat dass man so viele eigentlich 16-bittige Spiele hat umsetzen können und die haben funktioniert das ist so etwas so das fand ich fantastisch damals und aus aus heutiger Sicht ist es zwar oftmals ein bisschen schwierig weil sie sich nicht so wirklich gut gehalten haben im Gegensatz zu anderer Pixelgrafik aber ich so es ist eigentlich beeindruckend was sie damals gemacht haben ja sehe ich auch so und ich finde es auch immer interessant wenn man ja das Maximum aus solchen kleinen Systemen versucht rauszukitzeln deswegen da entstehen dann irgendwie ganz interessante Konzepte weil dann eine Mischung aus ja Systemanforderungen Spielanforderungen dann irgendwie in Hand in der Hand gehen muss und daraus entstehen manchmal ganz interessante Konzepte und heute ist halt keine Ahnung wie viele Farben hier wie viele Polygone hier also ja fehlt das so ein bisschen finde ich Rampart weiß ich ehrlich gesagt nicht Gameboy Spiele habe ich ja nur ganz wenige gespielt aber sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal gar nicht so schlecht aus man hat hier die Burg man kann ein bisschen schießen und man kann die Sachen wieder zusammen Tetris bauen also ja dürfte auf dem System funktioniert haben denke ich auch Rampart auf NES ist cool Rampart ist immer cool also habe ich die NES Version weiß ich gar nicht ich habe schon mehrere Versionen von Rampart gespielt und die waren bis jetzt wirklich alle gut sogar die Mac Version war gut gut dazu kann ich jetzt nichts mehr sagen warum ist das hier Mario Magic ah weil das Nintendo Segment jetzt kommt aber das habe ich jetzt auch nicht gespielt das Spider-Man Spiel das kenne ich jetzt nicht scheint gar nicht so schlecht gewesen zu sein ja guck mal es sind original Marvel Comics Sprites benutzt worden ja mhm als ob Eko oh Pirates die NES Version hast du die gespielt die vermutlich ne ich jetzt nicht aber die hat mich als ich die mal gesehen habe ernsthaft überrascht wie die aussieht weil es ist für NES total untypische Grafik mhm oh tschüss hast du ja gute Besserung es ist wirklich untypische Grafik ich finde es ungewöhnlich gelungen mhm ich bin mir gar nicht sicher ob Alexander die ausprobiert hat in unserem Replay ich glaube nicht ich glaube nicht ich meine hier der Greco im Chat ich weiß nicht ob er noch da ist Greco hat das mal gespielt und ich hab da wirklich sehr gerne bei zugeguckt mhm ja scheint eine interessante Version zu sein die es auch in Deutsch gibt interessanterweise Taverne aussuchen zum Händler ja interessant scheint auch gar nicht so schlecht gewesen zu sein also Pirates ist auch immer vom Spielprinzip her sehr schön Batman Returns ist ein Brawler ein ziemlich guter Brawler war das der wo man auch Auto fahren konnte ne das ist hier die Super Nintendo Version die ich auch erst relativ spät gespielt habe aber sie ist grafisch wirklich sehr schön insgesamt überhaupt die Atmosphäre total gut getroffen vom Film wenn man die anderen Umsetzungen kennt von anderen Systemen das hier war wirklich so das Highlight mhm ich kenne nur den mit dem Auto den gab es am PC ah ja und da konnte man sich irgendwie da hatte man so einen Grappling Hook daran erinnere ich mich auch noch der so halb funktioniert hat was Harleys Harleys Humongous Adventure Adventure habe ich nie gespielt ich habe nur irgendwie das ist so ein Ding über das sich Leute sehr gerne lustig machen ja ist von Hightech ich werde mir das auch ich werde mir das irgendwann auch mal angucken tatsächlich mach mal weil das ist ja ein ich weiß jetzt nicht Hightech weiß ich nicht genau die haben glaube ich verschiedene Ableger gehabt teilweise in den USA produziert und teilweise in Europa ich glaube Hightech auf Konsole war mehr USA mhm und ähm das hatte damals ungewöhnlich hohe Wertungen und wir haben ja häufiger mal dieses Thema mit den Euro-Plattformern mhm und ich bin ja der Meinung so so der Begriff ist eigentlich falsch es ist eigentlich mehr so dieses Thema mit westlichen Plattformern und dieses Ding wird auch ganz gerne zerrissen mhm und äh deswegen wollte ich mir das irgendwann mal angucken weil ich mir nicht erklären kann warum die Leute das damals in den Zeitschriften gut fanden das ist nicht die einzige Wertung die so ordentlich war ah ok Dirk sagt das war die Version in der man die Gegner so schön an die Wand klatschen konnte ja wahrscheinlich das Batman Spiel eben meint er glaube ich Dirk war nicht war nicht die Mega Man Version für DOS auch von Hightech war das nicht irgendwie hießen die nicht so also ich weiß nicht ob du Mega Man für DOS mal gespielt hast ähm neu angeguckt das meine ich freiwillig Mega Man für DOS war war mit einer der Gründe warum ich keine Jump'n'Runs kann weil ja eines eines der ersteren war halt Mega Man für DOS was ich gespielt habe weil alle sich auf dem Schulhof darüber unterhalten haben wie toll dieses Spiel ist und ich das irgendwann dann auch mal in die Finger bekommen habe und es war halt wirklich ja und dann waren halt Jump'n'Runs für mich gestorben äh achso gut kann auch sein dass es nur für Hunt for Red October war ja Hightech ja äh hab ich nichts Gutes mit Erinnerung in Erinnerung oh das kenne ich aber auch hier Firepower 2000 ja oder Swift wie man es sonst wie kennt ich bin nicht der größte Fan von den Konsolen Umsetzungen die kenne ich auch nicht also meiner meiner Meinung nach sind die Heimcomputer Umsetzungen ähm allgemein besser gelungen mhm an die Amiga Version kommt schon mal gar nicht ran ist die einzige ähm ähm und ähm ja eine eine Umsetzung die man sich übrigens unbedingt mal angucken muss das war echt ähm die Überraschung des Jahres für mich weil ich die überhaupt nicht auf dem Plan habe das ist die ZX Spectrum Version von Swift mhm das glaubt man nicht wie gut die ist mhm das ist die ist zwar nur irgendwie gelb-schwarz um es mal so zu sagen aber ähm die ist sowohl von der Spielbarkeit her und auch vom Flow her die beste Version eigentlich nach der Amiga Fassung interessant hätte ich jetzt auch nicht gedacht hat mich voll überrascht ähm hier Firepower 2000 oder beziehungsweise Swift auf dem Super Nintendo hat eigentlich einen recht guten Ruf was was der Technik auch glaube ich mit geschuldet ist weil Super Nintendo ist ja nicht unbedingt so die Shooter Konsole ähm sie haben das Spiel etwas anders aufgeteilt weil es ist dort quasi in einzelne Level unterteilt was übrigens auch für die Spectrum Version und auch für die C64 Fassung gilt nur hier ist es halt wirklich mehr so so nach einem gewissen Konsolen Format gemacht und ganz ehrlich ähm das hat dem Spiel nicht so super gut getan mit meiner Meinung nach vor allen Dingen weil in dem Moment stellt es sich wirklich so der Konkurrenz gegenüber anderen Shootern von Compile oder ähm Hudson oder wen es da sonst wie gab oder Toaplan und da hat es echt keine Schnitte ja ja ah die haben okay Hightech hat sonst eher Barbie und Sesamstraße Lizenzen alles klar Super Swift ja aber es gab es nicht auch Swift 3D hinterher zumindest für ein PC das haben die gespielt ja ja das hatte so richtig Polygone und so ich meine das wurde hier auch ich glaube das hieß auch Super Swift in Europa mhm dieses Spiel hier was Skulljagger ok kenne ich nur vom vom Bild her habe ich nie gespielt und äh Imperion auch nicht ok ne das sagt mir auch beides nichts Imperion hm Clue auch ist das Cloedo oder ist das das sieht so aus ne ist Cloedo ja du hast recht ne habe ich auch noch nicht Parker Brothers ok 3 bis 6 Spieler ja hm also ja müssen wir jetzt nicht drüber sprechen aber ich verstehe Brettspielumsetzung für Computer nicht also ja auf Konsole kann es manchmal ganz nett sein ja aber ich kaufe dann lieber das Brettspiel und spiele dann wirklich also ja mit meinen Freunden zusammen zumindest äh damals ging das ja immer in der Schule noch irgendwie einfacher also aus heutiger Sicht würde ich wahrscheinlich sagen ok verstehe ich das auch über wenn man weit auseinander lebt und so dann die Netzwerkfunktionen nutzen aber damals ich meine als Kinder hat man sowieso aufeinander gehangen und wenn man sich überlegt hat ob ich irgendwie 80 Mark für ein Computerspiel ausgebe wo ich bei mit 40 Mark oder 50 Mark vielleicht schon das Brettspiel spielen könnte also das hat sich uns immer nie erschlossen ok Cyberspin scheint nicht so gut zu sein ne Top Down Racer das also das sind ja so klassische Spiele die eigentlich sowieso nur mit mehreren Leuten überhaupt Spaß machen und dieses sieht jetzt auch nicht irgendwie so besonders aus stimmt The Merse wusste gar nicht dass das für die Super Nintendo gibt doch es gab es Super Nintendo gab es das ich weiß gar nicht ob es das auch für die PC Engine gab ich habe es damals ja auf dem Amiga gespielt und jetzt nicht so sehr als Spiel sondern wirklich mehr so als so eine Art Baukasten wie wie halt so weiß ich nicht mehr so wie so ein Experimentierbaukasten habe ich das eigentlich immer nur wahrgenommen mit einer dicken fetten Anleitung dabei ich habe das unter dem Aspekt sehr genossen hätten wir glaube ich auch aber wir hätten die dicke fette Anleitung nicht also war das ausprobieren und das ich meine ausprobieren wie du schon sagst ist ein großer Bestandteil des Spiels aber man musste halt auch noch ausprobieren was welche Funktion ist und das war irgendwie zu viel so dass man dass wir nachher Zeit dann auch schon aufgegeben haben es gab es übrigens für FM Town für PC 98 Sega CD Turbo Graphics ja also für viele Konsolen ist aber kein kein richtiges Spiel und hat deswegen auch nicht keine fairen Bewertungen gekriegt weil jeder halt ein Spiel erwartet hat klar oh das sieht aber interessant aus oh einer meiner Lieblinge ich so Nintendo Konsolen hatte ich damals mal nicht gespielt aber ganz ehrlich ähm das hier ist eins meiner drei liebsten Spiele auf dem Super Nintendo was ist das denn das ist ein Evolutionsspiel ah das ist ein Evolutionsspiel so ein bisschen wie Spore ne du hast am Anfang halt diesen Uhrzeitfisch da und frisst dich da quasi durch die Gegner am Anfang oder das sind am Anfang noch keine Gegner am Anfang ist es eigentlich mehr so andere Kreaturen die da durch die Gegend schwimmen und du kriegst dafür halt so Punkte das ist eigentlich ähnlich könnte man es vergleichen wie halt mit Geldsystem nur in dem Fall sind es so Evolutionspunkte für genetische Veränderungen die du dann halt einlösen kannst das klingt doch ganz schön nach Spore zumindest nach der ersten Phase ja aber es ist eigentlich tatsächlich mehr so wie so ein ja es geht halt ein bisschen mehr in die Plattformerecke es ist ja Spore versucht ja so ein bisschen das mehr so in eine Erststrategie Ecke zu schieben nach einer Weile das ist hier jetzt nicht das ist wirklich so dass du das mehr spielst wie so eine Art Actionrollenspiel von der Seite und also ich liebe dieses Spiel ich eigentlich heißt es glaube ich Ivo und was ist Ziel des Spiels irgendeine Evolutionsstufe zu erreichen ja ja genau man wird halt immer man entwickelt sich halt immer weiter und es ist glaube ich kein Spiel für jeden vor allen Dingen ist es auch vom Schwierigkeitsgrad her etwas unausgewogen aber ich liebe dieses Ding das ist so besonders und das Konzept geht so gut auf gibt es das nur japanisch ich meine es ist auch in Europa rausgekommen ich habe auf jeden Fall eine englische Version davon gespielt okay dann gibt es zu Noten Translation ja das ist also ich finde es großartig ich finde das auch sehr interessant ich hätte dem tatsächlich wahrscheinlich sogar eine 90 gegeben aber das ist halt wirklich kein Spiel für jeden also so das ist so ich kann mir auch vorstellen dass andere Leute damit gar nichts anfangen können aber wenn du jetzt ja also Plattformen und so gibt es ja nicht ne springen hüpfen ne ne das ist halt du bist am Anfang jetzt die haben jetzt hier das ehrlich gesagt aber auch wirklich nur ganz am Anfang gespielt weil du kriegst am Ende Beine und du gehst auch aus dem Wasser raus ah ok ne und du kannst auch zu so einer Menschen zu so einer humanoiden Kreatur beinahe werden meine ich das klingt sehr interessant muss ich mir mal merken wie ist das Evolution ne es heißt irgendwie Evo ich muss muss mal gerade gucken weil der internationale Titel war ein bisschen anders Evolution nix Evo Evo Search for Eden ok ja weil unter Evolution findet man es auch gar nicht bei nur Evo Evo ne Eden wie Eden aber da ist es schon das zweite auf dem zweiten und ich schätze mal die Wertungen allgemein waren eigentlich sehr ordentlich vermute ich mal oh nicht durchweg ja so siehst du aber da siehst du auch so von wegen es ist halt wirklich nicht unbedingt was für jeden interessant vielleicht finden wir hier einen besseren Screenshot ja danke Evo ja da siehst du da unten hier ne wo sich dann die Kreaturen da weiterentwickeln genau das hat echt eine hübsche Grafik ja das merke ich mir mal little ninjas Pocky und Rocky heißt das eigentlich ich habe jetzt ganz vergessen wie der Automat hieß weil das ist eigentlich schon ein Remake gewesen damals das ist ursprünglich ein Taito Automat gewesen ok Kiki irgendwas und was sie auf dem Super Nintendo halt gemacht haben sie haben halt den Automaten genommen in wesentlich hübschere Grafik gesetzt und einen Zwei-Spieler-Modus verpasst und dadurch haben sie sich wirklich so einen Geheimtipp-Status wirklich mit erreicht es gibt auch glaube ich inzwischen ein Remake nochmal das vor relativ kurzer Zeit entschieden ist und auch sehr hübsch aussieht aber was ist das das ist ein Shooter ein Shooter ok das kann man aus den Screenshots hier nicht so direkt ja aber wenn du sagst schon ist Automat ja 82 hat es bekommen ja ist auch wirklich ein gutes Spiel ja Adventures of Rookie das weiß ich gar nicht genau wo man das so richtig einordnen soll weil das nämlich glaube ich in Europa vertrieben wurde als Nachfolger von Joan McCave Man Ninja und es ist aber glaube ich im Original so eine Parallelreihe gewesen es ist ein anderer ein etwas anderer Charakter von Data East ich habe es nicht sehr lang gespielt also so ich meine es war recht ordentlich ich würde auch sagen die Wertung wie hier drunter steht die passt auch so oh Andre Agassi Tennis ja wenn ich mich nicht irre ist das ist das nicht eine Great Courts Umsetzung gewesen nein ist es nicht Tech Magic ist jemand anders also wahrscheinlich sind die Screenshots einfach nur schlecht weil das sieht echt übel aus aber irgendwas liegt an den Screenshots ich glaube auch ja digitale Sprachausgabe und zwei Spiele Modus 70 Risky Woods Electronic Arts keine andere Firma versorgt das Megadrive mit so vielen guten Spielen na Risky Woods war ordentlich also es war es ist so ein bisschen repetitiv gewesen vom Spielablauf aber es hatte halt eine recht gute Action und im Gegensatz zur Amiga Version war die Megadrive Fassung etwas flüssiger allgemein hat mir recht gut gefallen ist nur halt so so auf Dauer eigentlich nichts und 120 D-Mark ist völlig überzogen also das ist so ein Spiel also wenn man das damals irgendwie das war so ein Ding das wenn man es in der Grabelkiste gesehen hat konnte man aber bedenkenlos zugreifen aber so das ist so für den Kurs hätte ich es nie mitgenommen ja oh oh Tiertex bitte weiter ich mich würde mal interessieren wie die Verhandlungen für die Lizenzen von Indiana Jones damals mit LucasArts gelaufen sind weil LucasArts hat ja nicht so viele Lizenzen außer Haus gegeben also ja weiß ich nicht wie US Gold da dran gekommen ist das würde mich mal also US Gold hat glaube ich relativ viel so in diese Richtung gemacht so wir vertreiben euer Ding aber nur wenn wir da selber noch einen zusätzlich mitmachen dürfen das haben sie auch häufiger gemacht es gibt ganz ganz viele Spiele wo sie irgendwie noch so so ein Teil noch danach geschoben haben und weil sie es Tiertext gegeben haben kam immer der letzte Schrott bei raus 63 ist zu hoch aber hat Lukas Arzt nicht alles selber vertrieben nein 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 die haben meine ich am Anfang ich weiß gar nicht aber ich meine in Europa waren sie tatsächlich am Anfang über US Gold noch das kann sein hier war es dann hinterher Soft Gold oder so ne ja ja ne stimmt stimmt ja das kann natürlich sein das kann natürlich sein oha Suns and Triders ist ein sehr schöner Automat eine sehr schöne Umsetzung für Super Nintendo auch und meiner Meinung nach auch eine ordentliche Umsetzung wenn gleich auch wenn sie viel Federn haben lassen müssen eine sehr ordentliche Umsetzung fürs Megadrive im Gegensatz zur Powerplay die das Ding unterdurchschnittlich bewertet hat finde ich diese Wertung angemessen sehr pink die lila ja die 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 grafik ist halt sehr comic artig die schreit schon fast aber das passt auch weil das hat ein Konami Automaten auch so an sich sieht interessant aus ja ist aber einfach nur so ein klassisches Run-Gun Shooter oh ein Superman oh habe ich nicht gespielt beide nicht 46 hast du glaube ich auch nichts verpasst und bei 28 hast du auch nichts verpasst gab es jemals ein gutes Superman Spiel das frage ich mich immer wieder gute Frage ich muss gestehen ich glaube ich habe noch nicht ein Superman Spiel gespielt aus Bildungsgründen muss man die Nintendo 64 Versionen spielen damit man weiß wo der Bodensatz ist okay okay oh das Sonderheft zu Rollenspielen Power Athlete okay da hätte ich mir jetzt so eine Summer Games Version erwartet aber es scheint ein Prügelspiel zu sein ja und hier muss ich jetzt sagen also Power Athlete habe ich nicht gespielt die Umsetzung von Gods auf Konsole fand ich nicht so gut die war irgendwie zu schnell das ist irgendwas ist da zwischen PAL und NTSC durcheinander geraten und irgendwie haben sie die PAL Version so schnell gemacht wie NTSC und irgendwie funktioniert das und sie haben die Grafik künstlich mit Farben angefüttert was dem Stil überhaupt nicht so gut trat ja stimmt aber trotzdem gute Bewertung bekommen wer ist denn Chakkan oh Gott Fehlbewertung das weiß ich ja jetzt schon wenn ich den Stern sehe die Grafik sieht ja sehr unruhig aus Chakkan ist meine ich von Sega USA ja und Sega USA ist berühmt berüchtigt dafür Dinge ins Klo zu setzen bei Chakkan ist es eigentlich sogar relativ tragisch weil die Grundidee ist eigentlich nicht schlecht ich meine sogar dass das basiert auf einer Comic Lizenz sieht ein bisschen danach aus ja ja und eigentlich ist es so vom Thema her auch ganz cool weil es ist ein erwachsenes Thema so so ein bisschen so die Gruselecke nur sie haben bei dem Spiel das Balancing komplett verkackt und die Technik leider auch weil das Ding ruckelt nämlich ganz ordentlich was ich auf dem Megadrive eigentlich nicht sehen will okay es gibt inzwischen meine ich einen Fanpatch der das ganze Ding so ein bisschen enttüttelt Hits Detection is not the best okay ja freundlich formuliert und ja und diese Fanversion davon die soll wohl ganz gut spielbar sein aber die habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht in Fingern gehabt nur die original Megadrive Version ist es nicht die Grafik sieht sehr unruhig aus finde ich durch dieses Dithering das macht das Ganze ja das haben sie aber relativ gerne gemacht weil das halt auf dem Fernseher so ein bisschen verwaschen ist ich fand das auch eigentlich nicht so unbedingt geglückt aber das war damals so die Sache schade weil das Thema und so finde ich auch sieht interessant aus aber okay ich hab nur die Gameboy Version von Tiny Toon gespielt ja das war Looney Tiny Toon ist so ein Plattformer das ist irgendwie so ein Mittelding auf Megadrive zwischen Mario und Sonic tatsächlich ich würde es mal sogar Balde eher vergleichen mit sowas wie Super Frog von der Art und Weise wie es gebaut ist es ist ein sehr gutes Spiel aus irgendeinem Grunde hat mich damals die Grafik nicht angemacht aber inzwischen finde ich markanten Punkt oder so es ist gut gepixelt es ist farblich sehr schön die Animationen sind toll aber es ist immer das gleiche und ich hätte das nicht so hoch bewertet aber ich hätte dem durchaus eine 80er Wertung gegeben sieht auch wirklich gut aus Rollo to the Rescue wir haben hier viele Sterne drin ne ja hätte ich dem aber auch gegeben bis auf einen einzigen Umstand da komme ich gleich mal zu Rollo to the Rescue ist von den gleichen Leuten die James Pond Reihe gemacht haben und was sie hier nur raus gemacht haben sie haben hier so einen Puzzle Plattform gemacht und allerdings auch mit einer sehr interessanten Prämisse weil du siehst da auf diesem Bild was da ist neben dem Elefanten noch andere Tiere und jedes Tier hat eine bestimmte Fähigkeit weil zum Beispiel der Elefant kann irgendwelche Dinge aufsaugen mit seinem Rüssel oder das Eichhörnchen kann Dinge hochklettern der Maulwurf kann graben der Hase kann hoch springen und der Biber kann durchs Wasser und man muss irgendwelche Kanickel oder irgendwelche anderen Tiere befreien und am Anfang hast du nur den Elefanten und mit dem befreist du andere Tiere und zwischen denen kannst du hin und her wechseln ich fand das ungeheuer spaßig immer sehr hübsch gemacht es ist technisch hervorragend und es hat nur ein Problem es hat keine Speicherfunktion was bei einem Spiel mit 100 Level ein bisschen arg ist okay keine Speicherfunktion und keine Level Codes keine Level Codes das ist das erste Mal gewesen dass ich ein Megadrive tatsächlich tagelang angehabt habe okay verstehe das wird mich auch echt nerven achso bei Tiny Toons hatten die die Figuren Momentum ja beim Laufen das kann ich sowieso nicht ja so ich bin mal auf die Soundwertung gespannt okay 71 hat 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 es keinen Sound ist das berüchtigt dafür schlechten Sound zu haben es ist einer der besten Soundtracks aller Zeiten ah ok also auf Megadrive gibt es bald nichts besseres es gibt nicht viele Spiele die da überhaupt rankommen vielleicht haben sie Grafik und Sound verwechselt vertauscht selbst die 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 Entwertung da ist viel zu niedrig also Streets of Rage 2 ist einer der besten Brawler die es jemals gab Teil 4 ist etwas besser der vor einiger Zeit raus kam nur dieses hier ist halt weil die haben halt dieses Brawler Prinzip so ein bisschen angereichert mit das ist zwar jetzt noch kein Streetfighter oder so aber es ist halt so dass man da schon wirklich Kombomöglichkeiten hat und man hat die auch wirklich unter Kontrolle und man kann auch wirklich sehr sehr geschickte Manöver machen mit anderen Gegnern und vor allen Dingen wenn man das zu zweit spielt kann man das sogar miteinander ausspielen das hat besser gemacht als jedes andere Spiel dieser Art und Weise auf Konsole sowieso und es ist auch eins der ganz wenigen Konsolen Brawler die wirklich mit Spielhallenspielen mithalten konnten und meiner Meinung nach sogar mit Oberwasser waren damit und der Soundtrack ist legendär Free sagt Teenage Mutant Ninja Turtles 4 findet er besser im Leben nicht er kann es ja schon besser finden ja aber spielmechanisch ist Teenage Mutant Ninja Turtles nie auf dem Level gewesen nicht ansatzweise Teenage Mutant Ninja Turtles war mehr so ein das war ein unterhaltsames Spiel aber es war spielmechanisch lange nicht so gut ich muss gerade über deine Antwort er fand das Teenage Mutant Ninja Turtles viel besser ja kann er ja aber er liegt dann halt falsch ne da gibt es nichts also spielmechanisch geht da nichts drüber er sagt Fun Streets immer nur MediCore hat mir kaum Spaß gemacht ja da kann man halt nichts machen wenn es keinen Spaß macht macht es keinen Spaß also mir machen die ja auch keinen Spaß aber ich sag mal so vom Unterhaltungswert gehe ich da noch nicht mal dagegen weil also die Teenage Mutant Ninja Turtles Brawler sind ziemlich gut ich mag persönlich den ersten Arcade Automaten lieber als Turtles in Time allerdings wirklich so wenn man wenn man so ein bisschen die Spielmechanik durchblickt hat von Street Rap Rage vor allen Dingen den zweiten Teil das ist also da liegt eine ganz dicke Schicht dazwischen ich ich hab's in in der Spielhalle ich durfte damals schon in die Spiele ich kenne den ersten ich kenne die beiden halt hauptsächlich erstmal aus den Arcades also die Super Nintendo Fassung hab ich erst wesentlich später gespielt ich überlege gerade wegen Talespin dass das zu zweitspielbar ist war nicht damals nicht so üblich oder dass nicht unbedingt Plattformen einen Zweispielermodus hatten also ich kann mich nur Blues Brothers erinnern wo das ging Talespin war auch nie so toll ne stimmt 9 Continuous ist eine Besonderheit ok ok schade oh guck mal Bullfrog is back mit Power Manga hatte ich nicht gespielt das war mir zu kompliziert irgendwie ich frage mich 86% Steuerung ob man da dann ah stimmt genau die Mega Drive Version hatte ein anderes Interface ja 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 das war in der Tat wirklich besser steuerbar weil die PC Version da war die Steuerung jetzt nicht gerade schlecht aber die war unübersichtlich und ich glaube in der Mega Drive Version hatten sie das verbessert wenn ich mich recht erinnere die hatte ich mir damals aber nicht angeguckt weil ich Power Manga ja sehr gerne mag aber die Mega Drive Version hatte ich mir nicht angeguckt vielleicht mache ich mal mal ein Stream mit der Mega Drive Version das wäre mal was wa Outlander klingt das ist ein interessantes Spiel ne das weiß ich nicht ob wir es schon mal hatten ich habe das vor einer Weile mal weil ich kannte das gar nicht bei mir im Random Game Check Stream mal gespielt und mir angeguckt und fand es es hat mich ziemlich fasziniert das ist ein Mad Max Spiel was auch eigentlich für als Mad Max Spiel entwickelt wurde nur die haben die Lizenz nicht gekriegt und dann hieß das halt Outlander doch 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 ich habe mit Alexander da mal reingeguckt ja ah ja ja also es ist jetzt so von der Spielmechanik her sicherlich nicht das beste Spiel der Welt aber es ist ich fand es sehr unterhaltsam also wirklich es hat mir viel Freude bereitet die Zeit wo ich mich damit beschäftigt habe ähm vielleicht sagt noch dieser Mini-Ausschnitt am hat mich am PC krass gestört da wäre mehr drin gewesen oder dynamisch halt wie bei Doom äh der Mini-Ausschnitt achso hier bei bei Power Manga war halt bei Populus und so weiter auch also das fand ich fand ich ganz das hat mich nie so gestört äh und du hast es auf dem SNES gespielt aber fandst es mies ja ich fand die Idee halt ich ich äh ja ist eine ganz nette Idee gewesen so ein Rennspiel mit so Action-Sequenzen da drin ja ah schon wieder ein Wrestling-Spiel naja ne das hatte ich nicht gespielt kann ich nicht so sagen Super Fantasy Zone ah ja das ist gut das ist ein gutes Spiel es sieht so ein bisschen aus von der Grafik her wie Parodius oder so ähm es ist eigentlich ein Defender-Klon mhm nur halt mit einer ähm Knuddel-Grafik mhm man sollte sich von der Knuddel-Grafik aber nicht irgendwie täuschen lassen das Ding ist nämlich ziemlich hart ja und ähm ich weiß jetzt nicht bei der Soundwertung möchte ich jetzt da nicht irgendwie da äh sagen weil weil der Sound ist tatsächlich auch sehr gut aber ich weiß nicht ob ich den damals so gut gefunden hätte mhm weil das ist so ähm Salsa ein Shooter mit Salsa mit Salsa also ne so weil du spielst das und kriegst gleich gute Laune und es ähm ich hab das äh damals nicht gespielt weil ich nicht ganz so ein Fan bin von äh von Defender-artigen Spielen aber als ich das irgendwie vor einer Weile mal ähm angetestet hab das ist toll das ist richtig toll grafisch spricht es mich auf jeden Fall an ja ja Military Madness Nectares ich wollt's grad sagen ja guck mal hier gibt's sogar Grafiken und sowas interessant 81 ja mit Passwortfunktion was ja auch praktisch ist ne weil so lange willst du deine Konsole ja auch nicht anlassen ja das ging auch gar nicht anders weil nämlich ähm das war damals auf ähm diesen Checkkartenmodulen auf den Hue Cards und ähm deswegen das ähm das wird wohl auch nicht anders gegangen sein ich meine es gab später noch eine Version für die für äh die PC Engine CD aber ich weiß nicht wie die war mhm sieht auf jeden Fall interessant aus das ist die sogar Tobodo Tobodo ist meine ich die Variante mit CD mhm mit beide meine ich auch ja ja muss ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren sowas also die PC Engine Version die war etwas stilvoller insgesamt aber ich hab trotzdem die PC Version lieber gemocht mhm ich hab auch nur die PC Version aber die die später rausgekommen ist ich weiß nicht ja ja genau die von Sunflowers ja genau genau Parasol Star schon wieder ein Stern guck mal ja das ist hier der Bubble Bobble Nachfolger den es nie in der Spielhalle gab das ist ähm auch ein sehr schönes Spiel wirklich es ist ich weiß nicht ob ich dem Star gegeben hätte aber die geben hier auch relativ frühzeitig einen Star wie man sieht ne wir hatten irgendwie irgendwie einen mit 79 mit Star also ja also es hat meiner Meinung nach nicht ganz die Qualität vom Bubble Bobble erreicht so vom spielerischen her aber es war schon wirklich gut mhm was ist das hier Samurai Ghost das ist so ein Ding das hab ich auch nie verstanden ich weiß es gibt Leute die mögen das ähm es ähm es scheint eine ganz bestimmte Art und Art von Spielern anzusprechen was bei dem Ding interessant ist es ist eigentlich ein sehr schlichtes äh Actionspiel so fast so wie ähm weiß nicht es gab ja ganz früher hier so ähm wie hieß das Karate Master weiß ich jetzt gar nicht mehr oder Kung Fu Master Kung Fu Master ne wo man halt irgendwie nur so von links nach rechts läuft und man haut äh irgendwelche Gegner zu Klump im Prinzip ist das dasselbe nur ähm dass man hier mit so einer Art Gliederpuppenfigur halt arbeitet die also auch wirklich hier so so eine richtig große Ausholbewegung halt hat mhm damit und ähm man muss da schon ein ziemliches Timing auch haben vom Schlagen her okay das ist geil ähm ähm hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen aber wie gesagt das ist so ich hab schon relativ viele Leute gesehen die über Geheimtipps reden und die sind davon sehr angetan mhm Playtime nicht sie hat uns gewarnt also wir sollten es nicht kaufen ja ging mir ähnlich okay schräg von oben Fantasy Star und von der Seite ist okay ja Exile gilt glaube ich als das ist im Mittelmäßig ich hab's nie gespielt sieht so ein bisschen nach Aladin aus irgendwie weiß ich auch nicht 79 hier steht extra bei dass es ein CD-Spiel ist also mhm mhm Electronic die mit ihren Produkten nur schwer in bestimmten Genres einzuordnen ist ja okay die haben wirklich vertretene Einheit und Halbzuproben PC Atari Konsolbereich auch CD-ROM sagen und wohnen Shadow Combs auf die noch relativ neuen ah ja okay hier geht's um CDs ja Benutzerführung mit Printshop Printshop Deluxe hatte ich nie oben Action pur unten kreative Großkarten okay stimmt das war von Electronic Arts vertrieben das Xenobots Xenonauts Happy Birthday hm sowas hab ich nie benutzt Space Hulk Race into Space oh da freu ich mich auch schon drauf Buzz Aldrin Race into Space wobei ich damit ja meine Aussage ich verstehe nicht warum man Brettspiele weil es eine Brettspielumsetzung ist aber die kann man dann halt alleine spielen gegen die KI Space Hulk ja war super schwer schade okay das war aber einfach nur so ein bisschen Electronic Arts Werbung jetzt kommt eine Abteilung die ab und zu mal wieder auftaucht ab und zu ist sie mal weg dass man so so ähm nicht nur Pen & Paper sondern auch Brettspiele Musik Bücher und so sehen kann das ist ganz interessant weil viele von diesen Rollenspielen okay Cthulhu jetzt schon ähm kenn ich eigentlich alle gar nicht hast du mal Pen & Paper gespielt? ich hab nur Cthulhu einmal gespielt nur Cthulhu wir hatten das mal mit einem Freund da hat das irgendwie mal angefangen aber ich äh ich bin jetzt nicht so der große Rollenspieler für Pen & Paper wir hatten mal sozusagen so ein ein so ein Buch komplett durchgezogen aber das war ziemlich cool weil wir waren zu fünft und ähm unser Spielleiter hatte sich immer so Mühe gegeben auch wirklich so für jedes Kapitel was wir da haben so eine richtiges so eine Soundkollektion so vorzubereiten er hat dann immer irgendwie so auf ähm irgendwelche MP3s die halt bestimmte Stimmungen dann halt immer so passend zu den Passagen wo wir waren halt gemacht haben das war ziemlich geil das ist cool ja gute Nacht TheGru dir eine schöne Woche bis wenn du magst Freitag aber Cthulhu hab ich nur mal zugeschaut selbst hab ich's nie so richtig gespielt so kommt jetzt schon wieder Electronic Arts ah ne Archimedes oh okay bei 3D Darstellung kann der RISC Prozessor zeigen was in ihm steckt ja schon aber irgendwie macht das nicht so beeindruckend sieht das nicht aus lass mal Subscreenshot liegen dass das hier so komisch aussieht wird wahrscheinlich total flüssig gewesen sein denke ich auch ja Domag okay war das das einzige Archimedes Spiel ja okay hm jetzt kommt nur noch Werbung ich glaube jetzt sind wir durch ja jetzt sind wir durch oh der arme Archimedes wir haben auch noch eins äh Vorschau was hätten wir Dogfight Strike Commander Vale of Darkness Buzz Aldrin Flashback Ultima 7 ja ein paar Heavy Hitter dabei ich hab nur Flashback davon gespielt ähm Flashback ist ja einer der Cinematic Plattformer den kann ich besser weil da kommt es nicht so ganz hundertprozentig auf Timing an und sowas das find ich eigentlich ganz gut so wie Prince of Persia und sowas das kann ich ganz gut die hab ich auch gespielt Flashback hab ich auch durchgespielt ähm ja ich hab eigentlich alles davon gespielt nur Ultima 7 hab ich glaube ich am wenigsten gespielt von allen da bin ich irgendwie nicht so reingekommen ja ja Wodini sagt auch Flashback ich fand Flashback auch ein schönes Spiel ähm auch wenn es ja irgendwie Godfather 2000 ursprünglich mal hieß und eigentlich ne Filmumsetzung sein sollte ähm Oliver hat mir viel Spaß gemacht mit dir hier durchzuklicken hast du noch Lust ähm deine deine Top 3 Spiele rauszusuchen der Ausgabe müsste ich mal gucken ja also ich mach nochmal ich lass ihr könnt da natürlich auch mitmachen ich lass das nochmal offen wir nehmen nur die Spiele die wirklich im Review waren also die die hier drin waren ich blätter gleich nochmal ich mach jetzt ich mach jetzt nicht unbedingt Top 3 ich guck mir jetzt erstmal raus sowas dass ich irgendwie so ähm auf der Computerseite sieht es ein bisschen dünner aus für mich in dieser Ausgabe mhm würde ich sagen also da äh muss ich gestehen sieht für mich auch ein bisschen dünner aus weil wo ist denn X-Wing ach X-Wing ist Spiel des Monats okay okay ja ja aber die anderen jetzt also Chaos Engine wäre so das einzige was was ich sehr hoch halte wobei es war bei mir die Amiga Version die PC Version selber habe ich nicht gespielt ja obwohl steht hier für Amiga das ja die die habe die würde ich hoch halten bei Konsole wird es interessant weil da halt ja Military Madness war wirklich lange Zeit also eins meiner Favoriten ähm zumindest auf Konsole mhm warte ich dann gehen wir zur nächsten Seite ähm ja das was hier als Evolution halt ist das das halte ich extrem hoch und ähm auf der Megadrive Seite tatsächlich das Streets of Rage 2 wobei ich das auch wirklich sehr sehr spät erst entdeckt habe weil ich habe das damals ignoriert mhm weil ich ähm die Meinung hatte dass äh Brawler ähm auf Heimsystem nichts trauen können ich habe auch ja damals jetzt muss man jetzt natürlich ein bisschen so so Super Nintendo habe ich nie gespielt deswegen ist bei mir ähm der Part mit mit Turtles äh an mir vorbeigerauscht und ich habe äh Streets of Rage 2 glaube ich das allererste Mal glaube ich vor 5 Jahren gespielt mhm und äh war schwerstens beeindruckt sag mal Oliver äh ja ich bin ein bisschen abgelenkt war Star Fox in der Zeitung drin ich kann mich da nicht dran erinnern haben wir darüber gesprochen ne guck mal auf Seite 66 ja okay war es im Lösungsbereich vielleicht irgendwie so ist das Seite 66 ja das ist Seite 66 ja okay sich gut vertan haha okay hätten wir das ja geklärt Star Fox war gar nicht drin hätte vielleicht drin sein sollen war es aber nicht nicht wirklich ne ja ich denke auch Star Fox war nicht drin haha ja gut okay also was waren deine Favoriten ich also auf jeden Fall X-Wing und danach ist es hier schon ziemlich dünn also ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich würde fast bei X-Wing bleiben Vision Legacy das ist alles Ringworld das war alles nichts also Dreadnoughts ist halt interessant aber ich habe es ja selbst die gespielt also es wäre auf jeden Fall von allen Spielen die hier drin waren nach dem Evo das Spiel was ich am liebsten mal ausprobieren würde wahrscheinlich sonst an zweiter Stelle noch Battle Isle ja gefühlt waren da mehr PC-Spiele bei wo ich gesagt habe oh das war aber gut ich glaube das ich glaube die Inhaltsangabe stimmt nicht so wie ist das bei euch von Star Fox kam jetzt eine EX-Version raus eine EX-Extended oder was Space Quest 5 okay ja das Space Quest 5 mag fand ich auch sehr sehr gut war aber auch das einzige Space Quest was ich richtig ausgiebig mit einem Freund gespielt habe ah ein ROM-Hack okay Chaos Engine Gott sagt Wodini ja aber auf Prick Hardware Spielware Prick mir sagt jetzt Prick auch nichts er wird sich gleich bestimmt erklären also ja sind auf jeden Fall interessante Spiele bei gewesen ähm ja wie zu erwarten waren die Werbung waren die Wertungen halt hoch und runter kreuz und quer mal passt es mal passt es nicht also gefühlt gewürfelt ausgewürfelt die die Wertungen und das war oftmals auch so ein bisschen dass wir das auch bei der Playtime so ein bisschen nachgesagt haben aber ich habe das immer wieder versucht zu relativieren weil ich sie irgendwie sehr gut fand ich weiß auch nicht warum immer wenn ich die Bewertungen heute viele finden das ja hässlich mit diesen Icons ich fand das immer immer recht gut ich glaube 94 ist dann auch der Artstyle geändert worden der Playtime und dann hat sich vieles geändert und dann habe ich die glaube ich auch bald nicht mehr gekauft also ja ich hatte viel Spaß heute Abend Oliver ich hoffe du auch ja ich denke wir werden das demnächst mal wiederholen aber nicht mit einer Playtime dann nehmen wir eine andere Zeitung irgendwie was anderes was wir beide nicht gelesen haben irgendwie weiß ich nicht sowas wie Bravo Screenfun oder so gab es die damals schon ich habe keine Ahnung ich habe die nie gelesen ich auch nicht welche Zeitung ich interessant fand war irgendwie ACE Advanced Computer Entertainment das ist auch so eine britische Zeitung die kenne ich ja ah die kennst du okay das fand ich interessant da werde ich auf jeden Fall nochmal reingucken wir finden auf jeden Fall schon irgendwas ui du hast alles verpasst aber ist ja kein Problem es bleibt ja in der Konserve freut mich dass du trotzdem vorbeigeschaut hast wir machen jetzt Feierabend wir sehen uns wenn ihr mögt nächsten oder kommenden Freitag wieder zu vermutlich einer Runde XCOM eventuell mache ich mal eine Pause und wir spielen mal was anderes zwischendrin weiß ich noch nicht muss ich mal sehen wonach ich wonach mir ist wir werden auf jeden Fall diese Woche von mir und von Alexander keine weiteren Replays haben sondern ich werde den Stream den Talk von letztem Dienstag veröffentlichen so dass wir das alles hintereinander fertig haben und dann werde ich auch versuchen in den nächsten Wochen eine Zusammenfassung jeweils noch zum vier fünfminütige kurze Zusammenfassung zu den Themen zu dem Talk zu bringen Oliver hat mich sehr gefreut dass du da warst ich hoffe du konntest dich so ein bisschen entspannen von deinem stressigen Tag heute ja das geht glaube ich gleich ich sehe hier schon irgendwelche Zahlenwerte zwischen hinter irgendwelchen Icons also das geht gleich weiter Zahlen achso ähm äh Messageboxen ja 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 okay verstehe ich wünsche euch einen schönen Abend ich wünsche euch eine schöne Woche kommt gut rein ärgert euch nicht bleibt gesund Oliver bleib du auch gesund und wir sehen uns bald wieder macht's gut tschüss ich schicke euch noch zum Kellerabend ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was der macht das sieht aus wie XCOM würde ich sagen da seid ihr ja gut vorbereitet bei mir geht's Freitag weiter macht's gut bis dahin bis nächsten Freitag und schön dass Wodini und Hasto zusammen auf den Chat aufgepasst haben macht's gut wer noch Lust hat kann noch im äh Discord vorbeigucken bis dann tschau